guten morgen samstag 28 september die letzten september tage das video kommt ja auch erst im oktober donnerschlag ich habe das letzte nacht noch geschafft den blog fertig zu machen und heute morgen an eingestellt das sind fast vier stunden aber ihr habt es ja schon gesehen krass so aber ich habe da tatsächlich viel raus geschnitten also das waren fast fünf stunden material ne gute fünf stunden material wo will ich jetzt wohl den wagen hinstellen wir wollen es versuchen also es hat ordentlich geschüttelt letzte nacht ich habe noch nicht in regenmesser reingeguckt der sender sowieso nicht viel aber jetzt gerade ist trocken und dann probieren wir das mal so aber wie gesagt wohin kippe alles scheiße mit scheiße das sind ja hier alles pommes kartoffeln das sind stärke und der hinten stärke und das ist am schlimmsten jetzt klingelt das telefon wir machen das anders ich stelle den wagen ans andere ende das ist gut durchfeuchtet aber hier nicht matschig oder sowas also es könnte wohl gehen mit dem 7 mal schauen aber man hat immer noch im hinterkopf das letzte jahre da muss man ein bisschen wenn es nicht von oben wenn es von oben trocken ist dann muss unten was raus das hilft alles nix alles wieder aufgestellt kaffee aufgefüllt dann losgehen da ist der ruder da das so nah bei ist schaffen wir das heute auch zu zweit denke ich da kann jens sein wohlverdientes wochenende genießen so wie das sein soll kurz merke gucken hier kartoffeln gucken aus dem wagen noch nicht raus also so schnell gehen bis erste kommt ich denke auch dass wir hier übers feld fahren weil sonst haben wir da unnötig die ganze straße ein der dreck ist ja von den reifen noch nicht runter wenn wir wieder auf dem hoch sind von daher denke ich mal hier haben wir an der seite lang hier rauf und dann da zum abkippen mal schauen jetzt das herrlichste wetter an der peak fein nice der erste wagen heute neun grad übrigens lüftung in der halle läuft jetzt noch vollgas das hilft den wagen habe ich eben dahin gekippt das war von da ganz hinten vom vorgewinn aus dem nassen loch grenzwertig sieht jetzt vom weiten nicht anders aus und vom nahen ja hätte vielleicht aber ist im grunde egal wir haben nächste woche vier touren wie zendorf nur statt sechs aber das kommt auf jeden fall mit weg und dann geht es beim feld weiter auf dem lkw direkt rauf und hier machen wir jetzt machen wir das jetzt anders also wir hatten dann hat er noch darauf hingewiesen vielleicht wäre es schlau nicht an die wand zu gehen und da hat er wohl auch nicht ganz unrecht denn das problem ist dass das wasser immer genau an der wand entlang läuft und dann zieht uns das alles in die kartoffelmiete rein also meinte er auch lass uns mal ein stück von abbleiben also nicht das jetzt sondern wenn wir hier die richtige miete hinlegen habe ich überlegt das ist eigentlich ja dann auch egal dann können wir lieber da noch ein oder zwei mieten machen und lassen hier unseren weg hier in der mitte sollte ein weg bleiben zumindest das ist noch der plan ich weiß jetzt vielleicht müssen wir auch alles zu rotzen aber eigentlich müssen wir einen weg behalten so und da habe ich jetzt gedacht dann machen wir den weg lieber da an der wand irgendwie vier meter frei lassen und dann passen hier auf jeden fall noch zwei mieten hin mindestens dann ist das auch okay ne hauptsache irgendwie ein notfallweg das ist nicht ganz verkehrt ne jens sagte er kann mit dem lkw auch da lang fahren das wäre jetzt nicht das problem aber man weiß ja nie das ist der plan da hinten sind sie noch am roden fahrern wollte heute nachmittag weg da habe ich jens nochmal eben gefragt bzw. er ist mit jürgen gesprochen wie lange er Zeit hat und er sagte wir können heute nachmittag noch weitermachen und dann habe ich eben noch jens gefragt ob er wohl auch Lust hätte noch her zu kommen doch noch her zu kommen jo kommt er gerne also ist jetzt ab 13 uhr mit hier siehst du muss ich seine kamera gleich fertig machen die kriegt er dann gleich wieder mit und dann machen wir keine ahnung bis 16 uhr oder so bis zum kaffee und dann reicht das für heute und dann müssen wir morgen ja noch eins noch leer oben morgen früh um 8 und dann ist wochenende so der plan so ich brauche einen neuen kaffee fällt mir auf ich brauche irgendwie noch kaffee ich habe gerade noch ein paar kommentare gelesen unter dem letzten blog bezüglich des ansteckmikrofons dass ich ja im letzten blog immer mal wieder benutzt habe ich werde das so weitermachen aber nicht immer so wie jetzt gerade habe ich es nicht an gut vielleicht wäre es ja nicht wegen wind aber ich habe es in der tasche und dann werde ich das wenn wenn sich die situation ergibt und dass ich für nötig halte werde ich es machen dann machen wir so eine mischung draus ich denke ich hoffe das ist für euch okay jetzt gerade sollte ich mich eigentlich ganz gut verstehen kaffee holen so der shift das hilft nichts wir brechen ab das wird da zwar wieder heller aber der boden hat eh schon kaum gesiebt ich habe die wagen kaum leer gekriegt das ging gerade so aber wenn es jetzt noch nasser wird keine chance mehr denn ist für heute schluss scheiße ey aber ist wie es ist so das ding schnell einfahren ich habe das eben noch zugedeckt ja hilft alles nichts weg damit hier biop das mein scheibenwischer funktioniert aber sehen kann ich trotzdem nichts jetzt wird es wie gesagt es wird hell da ist der Regenstreifen der gerade über uns gezogen ist da hinten kommt aber noch mehr dunkles aber das problem ist wirklich dass der boden hier gerade da hinten überhaupt nicht siebt Jürgen sagte das eben auch noch also er hat den ist das kaum losgeworden beim Roden und dann hat das auch wirklich keinen Zweck also wir fahren uns da den ganzen Sand mit in die Miete das ist scheiße nicht gut so ich weiß gar nicht ob hier was aufgekommen ist dann gucken wir gleich zu hause nach also jetzt gleich erstmal die Mieten zudecken und dann ist Feierabend für heute wohl und dann geht's los Einzug leer und dann geht's los den wir morgen früh liefern dürfen und dann machen wir Sonntag ja ganz nicht Hackschnitzel muss ihn auffüllen das mache ich nachher auch nochmal eben schnell ein herrlicher Morgen und Montagmorgen ist halt völlig Montag da ist schon wieder extrem Regen angesagt ich hoffe das fällt raus ne Montag nicht Dienstag ist Regen angesagt morgen soll's noch gut sein wir werden sehen und dann geht's oh 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 das ist ein Hafen im Dorf hey die waren gerade eben noch hier hier anscheinend Brötchen holen oder so jo das haben wir auch fahren wir nach Hause Lüfter ran und dann mache ich Hackschnitzel ja hier gemacht noch eben sauber also wir hätten sonst auch gerne noch eben zwei, drei, vier früher rhoden können aber er muss noch woanders hin beziehungsweise der Roder muss woanders hin aber dann haben wir jetzt Sonntag ist auch okay ist auch okay aber wir können hier nochmal einmal in den Wetterbericht rein gucken was er jetzt sagt da habe ich heute nämlich tatsächlich noch gar nicht nachgeguckt ich gucke jetzt mal Agrarwetter Agrarwetter aktualisiert noch meine Güte immer noch ach was ist denn jetzt ein Anruf Trochelmann ja moin ich bin auf dem Schlepper worum geht es denn ja 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 Ja, ja, ist gut. Alles klar, vielen Dank für den Tipp, ne? Jo, ciao. So, wir waren beim Wetter stehen geblieben. Ähm, heute Sonne, 0% Regen, Montag Sonne, kein Regen, Dienstag 100% Regenwahrscheinlichkeit, 8,6 Liter, Mittwoch 71% Regenwahrscheinlichkeit, 2,2 Liter, Donnerstag und Freitag trocken. Ja, schöne Scheiße. Morgen haben wir keinen Roder. So, gucken wir nochmal eben, was die Holländer sagen. Die reden auch vom Regen am Dienstag und sonst trocken. 14 Liter. Na geil. Ah, das nervt doch wieder. Gut, auf nach Hause. Ach ey, unsere Erntefestdeko liegt da immer noch. Die muss ich auch nochmal wegräumen. Und machen wir dann gleich nach den Hackstötzchen, dann haben wir sowieso den weiten Mann in Gang. So, da fällt mir gerade noch was ein. Ich würde nochmal eben auf einen Kommentar eingehen, dem das Video, das letzte, deutlich zu lang war. Und er schrieb dann sinngemäß so, er würde es ja verstehen, wenn ich erst des Geldes wegen täte. Aber ansonsten würde ich ja meinen Kanal damit kaputt machen. Dazu würde ich ganz gerne was sagen. Und zwar, also zum einen haben sich ja auch viele von euch auch mal wieder ein langes oder ein längeres Video gewünscht. Und das spiegelt ja auch, die spiegeln die Kommentare ja auch wieder. Also viele von euch fanden es ja auch klasse. Nichtsdestotrotz oder so oder so ist es so, dass ich das so mache, wie ich das für richtig halte und wie ich das zeitlich schaffe. So, ich hätte natürlich, und das spiegelt jetzt nochmal, oder spielt darauf hinaus, was er sagte, von wegen, wenn ich erst des Geldes wegen täte. Ich könnte erst ja verstehen, nee. Also wenn ich das wegen des Geldes machen würde, dann hätte ich daraus sechs bis acht Videos eher machen müssen. So, dann wäre der Erdenschuh draus geworden. Aber wenn ich das machen würde und ich sag mal so, alle zwei bis drei Tage ein Video raushau, dann hättet ihr die letzte halbe Stunde von dem letzten Vlog dann gesehen, wenn wir schon alle Kartoffeln raushaben. Das wäre irgendwie scheiße. Ich möchte das gerne zeitnah. Und wenn eine Woche ist, okay, aber länger muss das dann auch nicht sein, weil das immer alles weitergeht. Und es ist ja nicht nur so, dass das doof ist, wenn das zeitlich so extrem versetzt ist. Also ich finde es doof. So, wenn das einige von euch nicht stört, ist das ja okay. Aber ich finde es doof und deshalb will ich das nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Mann ey. Ich habe den Faden verloren. Was wollte ich denn noch? Worauf holte ich denn nicht raus? Mann ey. Irgendwie bin ich gerade doch noch ein bisschen müde. Ich habe es vergessen, dass ich worauf ich ihn aus holte. Gibt es doch gar nicht. Wenn es mir wieder einfällt, sage ich es euch. Ja, er will noch Kisten raushaben. Denn bleiben wir erst mal einen Moment hier stehen. Piep. Piep. EN Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Morgenrot, guten Morgenrot, Montag, 30. September, letzte Tag im September und ein richtiger Montag wird das heute. Ein richtiger Montag. Wir haben eine Partie Kartoffeln im Lager gefunden, die in der Mitte, warum auch immer, es nur die eine Sorte nicht richtig gelüftet haben. Und somit nass geworden sind. Und da werden wir jetzt heute beigehen und das Ganze durchsortieren. Retten, was zu retten ist. Also das sind nicht alle Kisten und das ist auch nur die eine Sorte merkwürdigerweise. Aber nichtsdestotrotz müssen wir da einmal ran. Und da Jürgen heute sowieso keine Zeit hat, ist das jetzt zeitlich nicht so schlimm. Aber es nervt halt tierisch. Es nervt einfach extrem. Aber gut, erstmal genießen wir jetzt noch das Morgenrot und dann geht's gleich los. So, liebe Leute. Wir sind jetzt in Gang. Ein paar Kisten sind schon durch. Wir haben den Kistenfüller umgestellt. Jetzt auf die Holzkisten. Und jetzt sehen wir zu, dass wir die Kartoffeln retten können. Aber bisher sieht das ganz ordentlich aus. Warte mal. Wir können da mal eben einmal einen Blick reinwerfen. Also es ist nicht so schlimm wie erst gedacht. Da sind so ein paar Feuchte dazwischen. Also es kommen mit Sicherheit auch noch schlimmere Kisten. Aber das ist okay. Und die stellen wir uns jetzt. Da sind die alle, die wir noch durchsortieren wollen. Da sind noch ein paar. Aber wir haben ja gerade erst angefangen. Das Umbau hat im Moment gedauert. Und da hinten stelle ich die hin. Da zieht das richtig schön hintere Halle her, dass wir nochmal jetzt den Rest abtrocknen. Und dann kommen die wieder rein. Das ist der Plan. So. Eins noch. Wie man vielleicht erkennen kann, sind die Kisten nicht gleichmäßig gefüllt. Also von den Seiten her, von der Tiefe. Wartet der jetzt hier oben her. Wartet. Das ist aber jetzt nicht schlimm. Wir haben ja jetzt genug Kisten. Da kommen ja eher welche raus. Also ich habe die Drillinge, die nehmen wir auch raus jetzt. Ich habe das relativ weit auch gestellt, damit wir dann, wenn da Scheiße kommt, dass die dann gleich mit rausgedreht werden. Das funktioniert auch ganz gut. Und dadurch reichen die Kisten so oder so. Also das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir hätten sonst den Anschlag hinten an dem Kistenfüller auch noch umstellen müssen, umbauen müssen. Und das lohnt sich jetzt einfach nicht. Also wären wir jetzt knapp mit Kisten, dann wäre es was anderes. Dann hätten wir das definitiv mit umgestellt. Aber so habe ich jetzt nur die Länge der Kiste und die Höhe der Kiste eingestellt an dem Kistenfüller. Und das reicht uns. So, komm schon. Jetzt. Und hier pfeift das wirklich richtig rum. Man sieht das im Video sicherlich nicht, aber es zieht hier wie Hechtsuppe. Und dann können wir die heute Nachmittag eben wieder in die Halle stellen. Und dann ist alles gut. Ich bin nach wie vor, ich weiß nicht, warum das bei dieser Sorte jetzt so ist. Das ist mir noch ein Rätsel. Aber da hat man jetzt gerade gesehen, da waren Nasse. Da sind immer so Nester, genau ganz in der Mitte von den Kisten. Außenrum ist Top-Qualität. Ich weiß nicht, ob das an dem Boden irgendwie, das muss irgendwie mit dem Boden zu tun haben, weil da kommt auch noch, ich zeige euch das gleich mal, da kommt auch noch gut, da rieselt noch gut Sand raus. Obwohl man das so gar nicht, gar nicht sehen kann. Also da ist so optisch kein Sand. Da kommt der andere Stapler. Optisch kein Sand drin. Aber das kommt doch eine ganze Menge raus. Und das muss, also das ist im Moment so die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Weil die hatten wir ja auch direkt in Kiste gerodelt und nicht über die Maschine genommen. Dass da in der Mitte dann einfach das zu dicht ist und deshalb die Luft noch nicht durchgekommen ist. Also wie gesagt, eine andere Erklärung fällt mir da nicht zu ein. Und der Boden war schon echt trocken. Aber gut. Immer mal was Neues. Ich kann euch das nochmal eben kurz zeigen hier. Diesen Anschlag, den haben wir umgeschraubt. Weiter nach außen, sonst sitzt er weiter innen für die länglichen Kisten. Und die Höhe, die Füllhöhe eingestellt. Das geht da. Und dann mit dem Drehrad ist jetzt auf 91. Links ist anders, also differiert immer ein bisschen. 88. Ja, und so passt das ganz gut. Und diese hier, die Breite, die haben wir jetzt nicht eingestellt. Da müsste man den ganzen Querbalken hinten auch noch umschieben. Und das lohnt sich jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Ja. So, während Sven und Jörg, Raluca und Marina hinten am Kartoffeln sortieren sind, will ich mich mal dieser Geschichte hier annehmen. Das ist von Chris, von dem Hintner. Halterung für die Kameras in Fendt. Ich will mal das bei dem 718 ausprobieren. Da mal das Ding ausbauen, die Halterung. Und dann das Ding hier einbauen. Und dann wollen wir das mal ausprobieren. Habe ich was verloren? Ja, hier. Den habe ich noch gefunden. So, gut. Die sich da mal hin. Und dann testen wir das ganze Spiel mal. Wie wir da die Halterung rankriegen. Und wie das dann nachher funktioniert. Ich bin gespannt. Dann können wir nochmal wieder geölt werden. So eine Zollstocktasche ist auch einfach nur für den Zollstock. Und nicht für den Kreuzschraubdreher. Die liegt nämlich hier. Ah, verdammt. So. Werkzeug. Gucken wir uns das mal an. Optisch gesehen würde ich ja mal sagen. Das ist auch gleich hier die Ablage. Sagst du mal. Naja. Dass das da wohl hingehört. Weil das sieht ja alles ziemlich gleich aus. Ich stelle euch mal hier hin. Vielleicht könnt ihr euch mal zugucken. So. Dann nehmen wir den mal erstmal raus. Ich hoffe, die Schrauben passen da rein. Ja, das sieht so aus. Aber das wäre schon geil, wenn wir hier oben dann... Weil bei dem hier fehlt ja dann wirklich irgendwie die Möglichkeit, mal die Kamera festzukriegen. Von daher ist das schon gar nicht verkehrt. So, den haben wir. Komm her. Jetzt geht mir her, die Schraube. So, dann nehmen wir das mal raus. Okay, rein da. Das wird ja wohl für hier sein. Ja, das sieht so aus. Gut. Ich guck mal eben. Chris, die Schrauben passen da nicht ganz rein. Ich muss die Löcher ein bisschen größer bohren. Soll mir nicht böse. Ich komme gleich wieder. So, hier stellen wir euch die anderen vom selben Tag gerodelt, selbe, alles gleich. Eine andere Sorte. Und da ist nichts los. Die sind top. Alles in Ordnung. Hier oben liegt eine Faulette, sie ist draufgefallen. Aber hier ist nichts los. Also, völlig unverständlich. So, da ist es. Normalerweise, wenn es richtig scheiße ist, dann sieht man da unten Feuchtigkeit. Da ist nichts. Auch alles gut. Sieht auch gut aus. Hier ist alles tutti. Ja, da muss man alle paar Tage einmal hier alles durchgucken. Aber, dass das nicht schief geht, ne? Da bin ich wieder. Ja, die Löcher waren ein bisschen zu klein. Die Original-Strauben haben da nicht durchgepasst. Und jetzt geht das. Aber alles supi. So. Versuchen wir das ganze Spiel mal. Das ist schon mal geil, ne? Ich hoffe, dass das hier so... Fantastisch. So, hier richtig rein. Trotzdem wackelig, verstehe ich gar nicht. Aber naja, da muss man irgendwie an der Zeug liegen. So, die haben wir dran, ne? Die Platte. Schöne starre Platte. Schön schwer, sieht geil aus. Macht schon was her, finde ich. So, die haben wir da rein. So, gleich gefunden. Und so, der ist da eingesetzt, der ist schlimm. Da könnt ihr gleich schon mal Probesitzen machen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wobei, ihr könnt da besser gucken als ich dann. So. So, obere Sachen, so. Ja, einmal hinsetzen, bitte. Zack. Ja, das ist doch geil. Und Tengt, 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 wie ist das Bild so toll? Ja. So, und dann habe ich noch... Ähm... Ich glaube, ich habe meinen Magneten zu gut. Au, hier sind meine ganzen Magneten rausgeflogen hier. Gute Platte. Ich habe jetzt hinten die ganzen Magneten verloren aus meiner Halterung. Ja, das zeige ich euch mal eben. Ich kann das mich jetzt so abmachen hier. Guckt, jetzt sind meine ganzen Magneten raus. Die habe ich jetzt alle in der Hand hier. Naja. So, und das Geile ist, jetzt hat... habe ich ein neues Case bekommen von Sven. Also hier für die Kamera ringsherum. Da kann ich nämlich jetzt auch die Halterung, die sie hier, an der Seite ran machen. Warte, das mache ich mal eben. Allerdings muss ich euch dafür, das geht so nicht, klar so, einmal drehen. Der guckt ja lieber Kopf. Nee, gar nicht wahr. Doch, so. Guck mal, dann hätte man nämlich so das Bild jetzt, etwas weiter rüber. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Tengt, 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 Tengt. Ja, gut, ist ja kein Trabi, aber... Ja, fantastisch. Also, gefällt mir gut. Etlich einen vernünftigen Platz hier für die Kamera. Das ist schon geil. Vielen Dank, Chris. Sehr gut. Und sieht auch noch geil aus. Mir gefällt es auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen Dank, Chris. Und das wird sie mal. Danke. Vielen Dank. So, weiter geht's. Wie spät haben wir es jetzt? 11 Uhr, die Uhr gehen wir in der Weg. Eine Stunde und drei Minuten falsch. Aber bald ist ja Zeitumstellung, ne? Ende Oktober, 30 Tage. Bis später. So, ich hab die beiden hier so mal eben aufgetankt. Und da, voll. In Kürze machen wir Feierabend. Bei bestem Wetter. Und morgen ist Vollgas, Regen, ganzen Tag. 100% Regenwahrscheinlichkeit gerade auf dem Zettel. Tja, Jürgen rief noch an, wie das aussieht. Und ich sag, erst mal nicht. Und wenn's auffällt, dann telefonieren wir. Das hat alles keinen Zweck. Mal schauen. Mal schauen, was der Tag morgen bringt. Moin. Dienstag, 1. Oktober. Da hat die ganze Nacht geschifft. Dann ist Schifft immer noch. Heute ist kein Roden. Wir gucken nachher nochmal, ob wir noch eine Partie durchsortieren wollen. Oder ob wir damit noch warten. Machen jetzt ein bisschen Büro. Ina ist sowieso für euch da zugang. Macht Bestellungen. Und dann sehen wir mal weiter. Später. So, hier am Haus wird betoniert. Und wurde betoniert. Und jetzt sind sie am Aufräumen hier und Saubermachen. Hier haben oben die Ringanker betoniert heute. Und haben mir dann noch ein bisschen Beton übergelassen. Somit war so ein bisschen... Ist nur geflickelt. Das ist nichts. Hauptsache nur erstmal zuschmieren. Dass das ganze wettertechnisch ein bisschen trockener bleibt. So, da habe ich hier einmal auf dieser Kante lang eine Betonkante gezogen. Gegen. Das ist ja alles hier auch einfach gegen. Erstmal nur, damit der Schlagregen nicht immer dagegen läuft. Weil dann läuft das ja hinter, dazwischen, hier zwischendurch dann in die Kartoffeln rein. Und das muss nicht sein. Damit die dann noch trocken bleiben. So kann das Wasser dann immer runter und ablaufen. Ganz das Richtige ist es noch nicht. Aber erstmal muss es so helfen. Und Beton war über. Die hatten genug hier. Da haben sie mir freundlicherweise einen Kübel überlassen. Und den haue ich da ran. Und wenn dann das irgendwann mal wieder weg soll, dann wird es wieder weggebubbert. Aber bis dahin wird es dann reichen. Vielleicht bauen wir hier nochmal ein Blech ran oder sowas. Blech hier haben wir ja auch noch genug da. Restbleche von der Halle. Und dann ist das Ganze hier erstmal so weit. So ein bisschen gegen Feuchtigkeit geschützt. Ja, und ich schmiere mal weiter hier. Ja, ich schmiere mal weiter. Ja, ich schmiere mal weiter. Guten Morgen. Mittwoch, 2. Oktober. Gestern war hier nicht viel zu sehen. Nicht viel los. Jetzt warte ich gerade auf Jens. Ich nehme schnell unseren Kaffee trinken. Dann wird Jens losfahren. Lkw Wietzendorf. Auf der Baustelle geht das auch so ein bisschen weiter. Da wird das nächste Woche ein bisschen mehr Action geben. Und wir werden mit der ersten Feldmiete heute anfangen. Eigentlich hätten wir in die Richtung gar nicht weit weiter roden wollen. Aber das ist zu nass. Dafür haben wir deutlich zu viel Regen gehabt. Deshalb erste Feldmiete. Mal schauen, wie das läuft. Gut, jetzt geht wieder nach Wietzendorf heute. Endlich. Kann man mal was loswerden. Heute und morgen. Morgen auch zwei Türen. Mal schauen, ob wir schon was vom Hof kriegen hier. So, alles soweit in Ordnung. Das kühlt sich langsam hier. Mal gucken, ob wir das nochmal alles wegkriegen hier. Maschine gestern gewaschen. Muss auch mal sagen, zwischendurch. Die Wurstfinger mit drin. So, von Schneid hay. So, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. So, wer erinnert sich hier noch an das Stück? Hier haben wir den Rest im Frühjahr auch im Dunkeln gepflanzt, alte Videos, wer Bock hat, wollen wir eben sehen, wie das hier aussieht, von der Feuchtigkeit, aber besser als befürchtet. Ja, mit Lkw keine Chance, das heißt, die müssen abfahren. Die werden wir abfahren müssen, da oben kommst du nicht rein mit dem Lkw und hier an der Bundesstraße, die fahren wie die Gasse gestürt und ich kam eben von da, links abbiegen, ich hab den Blinker rechtzeitig geschmissen, ungefähr da, wo jetzt der Schlepper fährt und hinter mir, da war einer so am Drängeln und da wurde er gleich noch überholen, obwohl ich links geblinkt habe. Also da brauchen wir dann auch nicht versuchen, hier mit dem Lkw rückwärts reinzuschieben, das haut alles nicht hin, das geht nur schief, abgesehen davon kommen wir hier auch gar nicht wieder weg, das ist ja auch nur hier, guckt euch das an, das wird nicht gehen, fürchte ich, wobei, ja gut, wenn das Auto hier dastehen bleibt, man lädt dann von der Milch, aber das ist alles plönden, ey, nee, das fahren wir ab, dann tendiere ich dazu, ähm, tendiere ich dazu, das mit, in die Miete reinzufahren, wo sie gerade in Gang sind, haut das hier hin mit dem Ansteller und dem fucking, ja, wenn du gehen, da gucken wir auch nochmal eben hin, wie das da aussieht, ich denke, dann fahren wir die hier mit dem Tandankipper von hier zu dem, zu das guckt ihr so, jetzt gucken sie sich um, gucken verlegen weg, gut, also, dann gucken wir da nochmal eben vorbei, dann wird das eine große Miete da und dann müssen wir eine 15 Hektar Miete machen, da geht dann nur das Vorgewende weg und, ja, ein paar von den langen Reihen vielleicht auch noch nach Hause und der Rest muss da dann in der Miete, aber das ist auch ein hohes Stück, also da ist jetzt auch im Winter nicht zu erwarten, dass wir da gerade nicht laden könnten oder sowas, das haut alles hin. So, das heißt, wir bekommen auf jeden Fall zwei große Feldmieten. Grübel, grübel, ja, mit zwei muss man hinkommen, zwei Feldmieten. Da muss ich mir noch Sandsäcke zubesorgen, den Scheiß wie letztes Jahr, den will ich auch nicht haben. Das Zudecken ist ja toll, aber das Aufmachen mit dem Boden auf dem Vlies, das war jetzt nicht so geil, ne. Also es ging, aber so geil war das auch nicht. Da haben auch zwei, drei Fließe, haben auch ganz schön gelitten. Aber das sehen wir nachher dann, wenn wir diese zudecken und die alten Fließe wieder rauspacken. Die liegen trocken, die haben alle zusammen trocknen lassen, fein zusammengelegt, liegen alle unter dem selbstgebauten Dach, das Jens da hingetütelt hatte. Aber da müssen wir hier und da wahrscheinlich doppelt legen. Wir werden sehen. Jetzt kommen wir gleich noch, siehst du, da kommen wir nämlich gleich noch einer im richtig nassen Stück vorbei. So ein Keil, der soll auch mit in die Miete, wo sie gerade in Gang sind. So, dann wollen wir von da hinten ab. Das soll jetzt eigentlich trocken bleiben, bis einschließlich Sonntag steht in den Wetter-Apps. Das heißt, da die sieben Hektar rausnehmen, dann den Schlag, wo wir eben waren und dann gucken, ob das hier geht. Beziehungsweise, wenn es wirklich trocken ist, muss erst der Keil hier raus und dann hinter der Halle da die letzten Stärke-Kartoffeln ganz am Ende. Die müssen wir dann noch nach Hause holen. Ein bisschen was passt zu Hause ja noch hin, aber ganz viel auch nicht. Ich will mir das jetzt auch nicht zu voll hier da, den Schlag meine ich. Der kommt auch mit in die Miete. Und hier ist es, da ist es nass und auf der anderen Seite auch. Hier kann man auch sehen, wie das Wasser hier gestanden hat. Das wird auch mal lustig. Ja, und da hatten wir letztes Jahr Kartoffeln, der ändert sich. Da kommt ein Auto. Also, wir fahren zur Miete. Bis gleich. Ja, und diese hier, die... Jetzt ist die Kamera quer oder was ist die los? Diese müssen ja auch noch mit in die Miete. Fällt mir auf. Die ist auch nass. Toll! Großartig! Ja, ich bin abgeschnallt. So, Vorgewende ist hier raus. Wollen wir uns das Ganze mal angucken hier. Oh, Papa, das wird in der Länge aber nicht reichen. Vater war ja hier mit einem 7,18 und hat noch ein bisschen glatt gezogen. Das darf ich nicht. Das reicht nicht. Das geht noch weiter in die Richtung. Oder wir machen jetzt zwei, drei nebeneinander. Das können wir natürlich auch. Das ist vielleicht vom Laden auch schöner. Vielleicht hat er sich das auch so gedacht. Keine Ahnung. Er ist ja schon abgerückt hier. So, mal gucken, wie die Kartoffeln aussehen. Aber das sieht jetzt erst mal so gar nicht schlecht aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gar nicht so krass Sand, wie ich befürchtet hatte. Aber der Evo, der siebt aber auch ein bisschen besser, würde ich mal behaupten. Nee, das sieht ordentlich aus. Jo, dann können wir späten Nachmittag mit dem ersten Vlies auch herkommen. Jetzt ist noch Witzendorf. Da war wohl auch ein bisschen mehr los. Er stand da. Waren irgendwie sieben vor ihm, sagte er. Wenn er wieder da ist, müssen wir aufladen zu Hause für die Nachmittagstour. Wenn er dann wieder da ist, müssen wir eigentlich noch mal aufladen, je nachdem wann er wiederkommt. Weil wir morgen auch zwei Touren haben. Da hat man uns gestern den Tag komplett rausgestrichen, aber als Dankeschön den Feiertag drin gelassen. Aber gut, wir wollen nicht roten, also von daher ist es auch lax. Morgen den ganzen Tag. Weiter. So lange wie Jürgen Zeit hat zumindest. So, ich bin jetzt selber übrigens gespannt auf die Aufnahme, weil das windig ist. Im Kamera wird es jetzt rauschen mit dem Mikrofon, mit dem Puschel. Vielleicht nicht. Ich bin gespannt. Morgen kommt übrigens kein Video. Schaff ich nicht. Material habe ich auch kein zu richtig. Also von daher, egal. Also, Sonntag glaube ich. Das war ein Memo an mich. Ihr wisst es ja jetzt, wenn ihr es seht. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Hab ich vergessen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Kaffee Express Caffe Express Ina hat Kaffee gemacht. Das war's. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bestimmt gleich wieder ab Untertitelung des ZDF, 2020 Bestimmt gleich wieder ab So, Kaffee ist schon alle Mäunzen, Donnerstag, 3. Oktober Heute, Morgen, Samstag, Sonntag, gutes Wetter Und das heißt für uns auch, so viel Kartoffelroden wie irgendwie geht Sind doch schon in Gang Jetzt ist, keine Ahnung, 20 vor 8, Viertel vor 8 oder sowas Jens fährt los nach Wietzendorf Und Roden haben wir um 7 angefangen schon Fahren wir gleich, das macht Vater neben, bringt die Trocknungswagen hin Dass wir einmal die Leerroden können Die wir morgen liefern dürfen Da kommen dann die Lüfter wieder ran, ihr kennt es Danach werden wir einmal umsetzen Andern Stärkeschlag Und die sollen hier nach Hause, die Kartoffeln Mal gucken, das ist an der Bundesstraße Das fährt sich da heute am Freitag, glaube ich, noch mit am besten So, Tassen weg und dann geht es weiter Die Tande muss ich auch noch abkippen Da ist garantiert noch ordentlich Regenwasser drauf Da gehe ich gleich nochmal bei Und dann denke ich mal Miete vorbereiten Da wieder aufmachen Da kann nur ein, zwei Wagen vor Ja, und dann müssen wir sehen Moin Da ist ein, zwei Wagen vor 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 Das war's. Ach, guck an. Der ist ja gut trocken geblieben, erstaunlich. So, ein paar Kisten an der Seite kriegen. Und dann können wir das Vlies ein bisschen wieder zurückziehen, förderbar dran stellen. Aber ganz viel wird da heute wahrscheinlich nicht mehr an die Miete rankommen. So, wenn Vater jetzt gleich auf dem Feld ist, dann brauchen die eine Stunde für die Leer. Und dann umsetzen. Vorgewände rausruhen und dann ein, zwei Wagen hier erstmal so abkippen, damit wir was zum Laden haben für Wietzendorf. Ja, dann bleibt ja nicht mehr ganz die Zeit, weil Jürgen irgendwie nach dem Mittag noch woanders hinfährt heute. Daher ist das leider ein bisschen entspannt heute. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo ich die wohl hinstellen will. Das weiß ich auch noch nicht. Sammeln erstmal die erste auf. Einen irgendwo da hinten mit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Gasdruckdämpfer, der klappert hier. Irgendwas klappert immer, ne? So, die stellen wir eh noch zehnmal hin und her, bis wir sie füllen. Das wird jetzt vom Platz hier nicht besser gerade. So, hier die linke Miete, die bleibt so wie sie ist. Jetzt, da kann nichts mehr vor. Aber ich glaube, das hatte ich schon erzählt oder habe ich das nicht erzählt, weil wir hier noch an den Bunker ran wollen mit den Kippern. Und das wäre zu eng. Also wir kommen da nicht mehr vor, wenn ich da jetzt noch mehr Kartoffeln ran kippe. Und letztendlich ist das sowieso ziemlich egal. Wir müssen so oder so Feldmieten machen. Hör doch mal auf zu klappern, du Mistding. Wir müssen ja so oder so Feldmieten machen. Und dann kommt das auch nicht darauf an, wie groß die Feldmiete ist. Dann können wir lieber auf dem Hof hier so viel Platz lassen, dass wir uns auch noch anständig rühren können. Also da kommt es dann wirklich nicht drauf an, ne? So, und wenn jetzt jemand sagt, ja das war ja ... Warum sehe ich das nicht? So, äh ... Meine Fräse, Alter! Bleib doch einfach so stehen. Ja, Halle zu klein, ja richtig. Aber du kannst gar nicht so groß bauen, wie es richtig ist. Und das muss ja auch noch alles irgendwie bezahlt werden, ne? Abgesehen davon ist da ja auch schon die Hofgrenze. Also wäre da eh nichts mehr möglich gewesen. Aber das hilft uns so schon weiter. Wir haben für die Januar-Lieferung haben wir Kartoffeln unterm Dach. Also wenn dann der Frost richtig hart zuschlägt, sind wir relativ safe und vor allem von den Feldmieten schon wieder weg. Und das ist die Hauptsache. Heute Morgen waren es irgendwie knapp acht Grad. Habe ich vor dem Aufstehen die Lüftung auch nochmal wieder manuell angemacht in der Halle. So langsam dürfen wir jetzt noch runterkommen. Produkttemperatur ist irgendwo jetzt bei ... äh ... beim ersten Messer auf knapp 13, 12,4 oder sowas, 12,5. Und beim zweiten ist sie noch auf knapp 14. Also wir sind aber da, wo wir hin müssen. Ähm ... von der Zeit her. Also man will natürlich auch nicht zu schnell, zu viel pro Tag runterkühlen. Aber das passt ganz gut. Also es hilft jetzt natürlich, dass es nachts ... ähm ... deutlich unter 10 Grad hat immer. So, ich stelle jetzt hier die Kisten weg. Und dann geht's gleich weiter. decimal, wir besser gehen ... Ja ... accessible ... cza ... 꿈aches sind ... Untertitelung im Auftrag des ZDF-Klip So, wir haben es kurz vor 10 Uhr, ich fahre jetzt mal hin. Die Lea, die beiden Wagen, die müssten jetzt eigentlich in Kürze voll sein, fahren die in eine Halle, Lüfter ran, das schaffe ich wohl in der Zeit, wo die den umsetzen und dann geht es los mit einem Tandelnkipper. Jo, ich denke mal vier Wagen maximal, mehr wird das heute auch nicht mehr werden. Und dann ist Mittag und dann ist für heute Schluss und dann geht er morgen früh weiter. Dann muss ich nochmal mit Jürgen abschnacken, ob er morgen auch wieder um 7 Uhr anfangen möchte. Schafft er denn noch eine Stunde mehr, das ist eine Stunde mehr, das ist so. Dann können wir uns gleich nochmal in die Mieter angucken, wie groß die geworden ist. So, ja, das hat schon ganz ordentlich geschafft auf dem Schlag. Die sind ja jetzt gerade da noch eben bei den Lea. Wir haben aber noch, er fährt noch, können wir nochmal eben einmal hier gucken. Er rief mich gerade noch eben an, das passt da nicht alles rauf, denn ich werde da dann, denke ich mal, morgen noch eben einen Kistenwagen hinstellen, dass der Rest von den Lea dann mit rauskommt, bevor der nächste Regen kommt am Montag. Aber das sieht ja schon ordentlich aus hier, das hat geschafft. Da hinten die, das Ende muss noch, aber gar nicht mal so verkehrt hier. Schön, schön, das würde ich mal sagen, sind jetzt schon bald, da kommen wir mit zwei Fliesen wahrscheinlich, vielleicht gerade so. Dahinter ist ja noch ein bisschen mehr glatt gezogen. Ich habe im Moment so die Idee, dass wir da morgen früh erst mal weitermachen mit der Miete. Dann fährt um 8 Uhr los, die Lea wegbringen. Dann sind wir so bummelig, gegen 10 Uhr haben wir die Wagen wieder zu Hause und dann können wir die Trocknungsböden runter nehmen und dann haben wir die auch zur Verfügung, dass wir danach dann umsetzen, damit wir da auch gegen ankommen, weil das ja doch ein bisschen weiter zu fahren ist. Aber das seht ihr gleich, wenn wir da hinfahren. So, da oben stehen die Wagen mit den Lea, die hängen wir schon mal an. Und dann gucken wir mal, wie viel da überbleibt. Aber lieber was über als zu wenig, ne? So, sehr schönes Wetter, Sonne, 11 Grad. So kann das bleiben. So. 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 Der ist schon auf dem Rückweg, der müsste in einer halben Stunde wieder am Hof sein. Bis dahin möchte ich wohl noch zurück sein, damit die Schaufel hier ran kann. Dann kann Jens im Grunde schon anfangen mit aufladen für die Nachmittagstour. So, fahren wir dann noch eben runter. Das ist für Jürgen angenehmer mit dem Bunker. Und dann werfen wir gleich noch mal einen Ebenblick hinten auf den Wagen. Es wäre doch noch ein kleiner Spaß hier, die Wagen runterzuziehen, habe ich so den Eindruck. Aber Vater ist hier irgendwo in der Gegend, auch mit dem Mulcher. Notfalls muss er eben herkommen. Einmal vorhängen. So, komm mal mit. Was ist denn hier los? Das tut doch nicht nur. So. Ach doch, der ist quasi voll. Ein Bunker noch. Und da die kurzen Reihen. Ja, dann bleibt tatsächlich noch was über. Jetzt kommt er schon. So, wie es aussieht. Ja. Lässt schon leer laufen. Ach. Gut, dann ist das so. So. Jo, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir versuchen die Wagen hier runter. Ach, das geht aber. Das geht aber. Das geht aber. So. 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 Läuft? So. Bremse geht. So, eine Runde fährt er noch eben, die passt hier noch mit rauf hinten, da ist es nicht ganz voll geworden, fahren jetzt eben da einmal durch den Wald, andere Straße wieder zurück. Oh, dann hören wir das. Ja, das sind jetzt die Reihen, die noch überbleiben. Dann machen wir die morgen eben mit raus und lassen die in der Kiste zu Hause fertig. Ja, das ist jetzt. 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 Ah, Ina ist noch fleißig am Paketepacken, sehe ich gerade. Falls, also wer von euch den Short nicht gesehen hat, wir haben eine Rabattaktion. 1515, also 1515 ist der Code. Ich versuche daran zu denken, den Link, den direkten Link mit dem Code auch in die Videobeschreibung zu packen. Auf alles gibt es 15 Prozent auf alles. Also auch auf den Kaffee oder auf unsere neue Remoulade. Aber ihr könnt auch das Short angucken, dann seht ihr das. So, genug Werbung, weiter geht's. Ja, darum Jens ist noch nicht da, wie wir sehen. Der wird aber jetzt jeden Moment hier aufschlagen, denke ich. So, wir fahren irgendwie in das alte Tor rein, da können die erstmal... Oh, die Ziege draußen, Mann ey. In das alte Tor rein, da können die dann bis morgen früh stehen. Die sind da nicht im Weg, dann können die Lüfter ran. Das mache ich auch noch eben in der Zeit, wo die jetzt umsetzen zum nächsten Schlag. Das wird von eben so viel Zeit haben. Hoffe ich zumindest. Gleich abhängen und Schaukel ran, dann kann Jens durchstarten. So, das reicht. Ja, das machen wir eben. So, das geht's. So, das gehört. So, das fehlt jetzt. So, das ist es. So, es geht's. So, es geht's... So, es geht's. So, es geht's. So, es geht's. Gerade die Schaufel dran. Da kommt jetzt schon angefahren. Das passt ja. Timing ist alles. So, gestern drüber gesprochen, heute sind wir da. Da kriegt er aber das Vorgewende hier schön im Bunker, dann können wir, wenn das Vorgewende raus ist, rauffahren. Brauchen wir doch schon sagen, wir gucken mal. So. 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 das dann schief? Da kann man dann auch immer gar nicht so genau gucken. Einmal lang geratscht, wäre die Plane kaputt. Also nach oben laufen, mit dem Autowagen nach Hause und den zweiten Tannem holen. Und bis wir wieder hier sind, ist der wahrscheinlich schon fast voll. Jo, gerade so rechtzeitig, alter Schwede. Hey, wie meint das denn? Soll die den anderen Zug auch noch her haben? Oder wie soll das jetzt funktionieren? Teufel. Dann bringen die aber nichts schlecht hier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, gebe ich ja zu. Junge. Zwei wollte ich sowieso so abkippen zu Hause. Also nicht übers Band laufen lassen, sondern an der Wand für Wiesendorf direkt. Jetzt ist es aber hurtig. Das Gejuckel hält doch auf. Hm. Oder wir müssen noch den... Würde ich noch den Akkuliner-Zucht doch noch herbringen heute. Okay. Jetzt ist es viertel nach elf. Eine gute Stunde machen sie noch. Tja, mal schauen. 3,7 Hektar übrigens. 4,7 Hektar übrigens. 2,8 Hektar übrigens. Untertitelung des ZDF, 2020 geschafft läuft die machen jetzt auch nur noch den voll und dann ist sowieso schluss weil jürgen zum nächsten kunden fährt und dann können wir die in ruhe abladen und machen dann für heute quasi schlecht jens fährt um eins los gegen eins nach wie zu noch zweite tour und dann hat jens auch feierabend das wäre der plan und dann geht das morgen früh um sieben wieder los so voll WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Autowagen und gleich wieder hin Der letzte Bunker für heute Das ist das Graben, dass man das gerade so schafft Da müssen wir echt überlegen, wie wir hier morgen weitermachen Im Grunde kannst du nur alle Wagen einmal voll machen Und dann wieder bei Miete weiter Mal schauen Ein paar Wagen kommen hier noch, die bringen echt gut Vorgewände und an den Seiten ein bisschen lang Und dann ist das jetzt der dritte Tandem voll Das passt Das ist das GmbH im Auftrag des WDR Der dritte Tandem voll Der dritte Tandem voll Der dritte Tandem voll Der dritte Tandem voll Sehr schön Im Frühjahr, als wir hier gepflanzt haben, habe ich noch gesagt Oh, das wird im Herbst aber spaßig Hier auf die Straße zu kommen Und genau so ist es Und so ist es wirklich kein Spaß hier Du kannst es ganz bescheiden sehen Aber da hinten Aber da hinten, die andere Fahrt ist noch schlechter Also wenn überhaupt Hier kann man jetzt gerade so zwischen den Bäumen durchgucken Nach links, nach rechts kann man nicht gucken Das wird morgen an dem Wirktag natürlich wieder ein bisschen Ja, das wird nur schwieriger Nur schwieriger Wobei, ich glaube, viele haben wir auch noch Brückentaf und naja, Engel wird schon gehen Jo, Jens fährt auch hier los Ich habe den ersten Wagen dran Und dann laden wir die beiden jetzt hier ab Können lieber morgen, wenn es wieder stressiger wird Also einer soll auf jeden Fall mindestens noch dazu Zum Laden für Wietzendorf Aber das können wir dann noch morgen abkippen Dann haben wir morgen schneller Luft Jetzt ist ja Zeit Aber auch schöne Kartoffeln Ich bin sehr zufrieden mit Das her Ich bin sehr zufrieden mit Ich bin sehr zufrieden mit Ich bin sehr zufrieden mit Klappe zumachen Und dann vorne sauber machen Wir nehmen jetzt gleich den Hallenfüller noch eben wieder an der Seite Ich habe das Kabel schon weg Den Hallenfüller fahre ich mit dem Stapler eben wieder in die Halle Weil wir nachher den LKW noch einmal wieder vollladen müssen Das wird mir alles ein bisschen eng, damit in die Kurve Der ist ja schnell hin und weg Jo, das machen wir jetzt Dann die Kartoffeln einfach ein bisschen ranrühren Und dann haben wir eben Pause, bis Jens wieder da ist Dann werde ich das noch eben aufladen So könnt ihr wohl was sehen Dann werde ich die eben aufladen Dass Jens dann auch mal irgendwann Feierabend hat So, Stapler Noch hält man ein angebratener Bolzen Wahrscheinlich fällt er jetzt ab Der war aus unerklärlichen Gründen auf einmal weg Also, keine Ahnung Ich habe den noch nicht wieder gefunden Ich fand den halt auch noch gesucht Aber gut Egal Es gibt Schlimmeres Aber ohne den Bolzen da unten drin Ist das echt blöd Den Hallenfüller hin und her zu bewegen Und so geht das echt richtig gut Einmal mit einem Loch in den Zinken eingehakt Und schon geht's los So, gleich nehmen wir einmal Einmal nach Zinken, damit ich hier schärfer rumkomme Bleibst du wohl stehen? Oh Ich wollte ja gleich wegräunen Ich habe hinten die Laufrollen nicht hochgefahren Und eben deshalb ist er gerollt Naja Aber wenn man die ganz einfährt Dann kommt er so weit runter Dass man den noch genauer zielen muss Und das tut ja nicht los Um da den Stapler die Zinken abzukriegen So, geradeaus rein Da müssen wir sonst auch nirgends ran heute Und morgen, ja, nee Morgen ist sowieso egal Morgen kommt er wieder raus Dass wir ein paar Wagen hier Noch an die Miete ranbekommen Wahrscheinlich wird's so laufen morgen Dass wir, also die fangen um sieben wieder an Erstmal bei der Miete Dann stelle ich noch einen Wagen hin Entweder mit Kisten oder so Einen Akkuleiner, das weiß ich noch nicht Dass wir da die letzten Leer raufkriegen Jürgen meint, das wird noch ein Bunker sein Also, keine Ahnung, sieben Tonnen Das wäre auch mit einem Kistenwagen zu bewältigen Ja, mal gucken Wie wir das am schlauesten machen So, und dann Wenn man dann von der Lieferung aus Neukirchen zurück ist Beziehungsweise, ja, keine Ahnung Eine halbe Stunde vorher oder sowas Bringe ich dann schon mal die ganzen Wagen Wieder zu dem Stück, wo wir eben aufgehört haben So, einmal absetzen Bringe ich die zu dem Stück, wo wir eben aufgehört haben Und machen da erstmal einmal alle Wagen voll Und vielleicht schaffe ich es dann Ein oder zwei Tandem hier abzuladen Aber dann sind alle Wagen wieder richtig voll Und dann können die wieder bei der Miete weitermachen Und wir können in Ruhe hier Alles abladen, weil das wird jetzt halt auch enger Wir werden es jetzt auch so machen Wir machen da noch eine Miete daneben Eine Reihe Diese, die jetzt in Gang ist hier Die kann noch ein bisschen länger Die kann im Grunde, ja, bis hier oder so, denke ich mal Das sollte wohl drin sein Aber dann ist hier in der Reihe Schluss Also vier Wagen noch oder sowas, grob Und dann eine weitere Reihe Da müssen aber die Kartoffeln von da hinten auch noch hierher Ja, und dann ist auch irgendwann hier Schluss Da sind noch ein paar Kuras drin Da, in dem Stück Die sollen da hinten, wo gerade der Fonderschlepper steht Da noch mit hin Aber ich will den Schirm nicht ganz voll machen Also die Kuras okay, aber dann ist auch Schluss So, hier können wir eben Da hingehen Damit ich hier weiterkomme Und mehr will ich dann eigentlich Eigentlich Man steckt es halt nicht drin Wie das alles so passt und hinkommt Aber eigentlich soll der nicht noch mehr hierher Sondern der Rest In die Feldmieten So Ja, ich war eben Hat mir hier keine Hölzer hingelegt Das rächt sich jetzt Kartoffeln wollen natürlich überall hin Aber wir haben einen Teil von den Balken Oder von den Kanthölzern, die ich dafür benutzt habe Auf die Fließe gelegt Da musst du nicht wegwehen Die wollten nämlich schon runterwehen Das kriegen wir auch noch eben weg hier Dann wollen wir mal gucken Wenn ihr dieses Video seht Bin ich hoffentlich gerade auf dem Ruder Denn da wollen wir noch mal Richtig Gas geben Weil der Wetterbericht hat Immer noch Regen für Montag Oder beziehungsweise ab Montag Im Grunde die ganze Woche Totaler Plümmen Wir brauchen eigentlich noch Keine Ahnung Zehn Tage trocken Dann werden wir aus dem gröbsten raus Pommes, Kartoffeln müssen ja auch alle noch hin Da habe ich aber noch nicht Noch keine Info, wann wir Dran sind mit Liefern Die werden ja in Schäfeln Komplett eingeleidert Ich hoffe, dass wir dann wenigstens am Stück Dran sind, dass wir dann nicht Heute zwei wagen, morgen zwei wagen Und so was Einmal ran Zehn Hektar raus Hinfahren Fertig So muss das eigentlich Mal gucken Irgendwie haben sie die Annahme Dann sagte er das, der hatte das schon gesehen Die Annahme jetzt auch Anders als nächstes Jahr Aber ich habe es noch nicht Noch selber noch nicht gesehen Mit ganz viel Glück Passt ja sogar der LKW vielleicht dran Das weiß ich nicht Ob die das jetzt anders So hingestellt haben Dass man auch rückwärts kippen kann Das wäre natürlich nett Bei unseren Tandem ist das egal Das sind hier drei Seitenkipper Und daher auch schon wieder Zum Glück keine Mulden Wie ich auch mal gedacht hatte Mulden zu kaufen Das ist so schon Schlauer geworden Glaube ich So Gleich haben wir es Die kaputten Kommt an die andere Seite Gleich dran Die können gleich mit aufgeladen werden Da passiert nichts mit Da kommt trotzdem eine Stärke raus In der Fabrik Also das ist nicht schlimm Aber man muss sie jetzt nicht So lange mit in der Miete liegen lassen Hier So Können wir mich überhaupt noch sehen Keine Ahnung Da sind auch noch drei Die Miete lasse ich jetzt auch noch offen Ich habe eben gerade noch geguckt Kein Regen angesagt Immer noch bis Sonntag nicht Dann kann das so noch eben Ein bisschen besser abliften So Sieht doch gut aus Jetzt schaust da rüber Pik fein Jetzt gibt es eine Tasse Kaffee Vielleicht was essen Das wäre auch nicht schlecht Der Tag ist irgendwie ausgefallen So Ja Sehr schön Liebe Leute Genießt die Pause Nach der Pause Sehen wir uns hier wieder Zum Kartoffelnaufladen So Und das ist das der Plan Ach guck Jetzt kommt Halb vier Jo 15.33 Sehr schön Dann hauen wir den gleich nochmal voll Guten Morgen Freitag Vierter Oktober Es ist saukalt Wir gucken gleich mal aufs Thermometer Alter Schwede Ja gut saukalt ist relativ Aber 5,6 Grad Alter Schwede So Klappen auf Lüfter an Eins Komm schon Klack Lüfter zwei So Dann geht es gleich los Jetzt ist es Halb sieben Glaube ich Also lassen wir jetzt mal Lüften Lumpi Komm mit Das ist der Vorteil am LED Die sind sofort da Bewegungsmelder Wir müssen unbedingt da Das Leuchtmittel noch tauschen Das liegt ja schon Seit drei Wochen Ja fuck ey Im Moment kommen wir echt zu nix So gefällt mir das besser Boah was eine Suppe hier Ich habe hier Kistenwagen hinter Die letzten leer Dass sie sie zwischendurch nochmal rauskriegen Dann müssen wir jetzt ist es 8 Uhr Kurz vor 8 Ja halb 10 umsetzen Zum anderen Schlag Dann kriegen wir die drei Züge noch voll Bis Jürgen dann weg muss Heute rum wir auch nur bis halb 1 Nach 12 Irgendwie so wie das denn kommt Ja und dann ist morgen Und Sonntag voll Gas Ganze Tage 7 bis 7 oder so Mal gucken Ist ja schick Ja Dann nochmal eben zu Jürgen Absprechen wie wir das am geschicktesten heute machen Das wir möglichst viel schaffen Muss ja irgendwie bevor wir umsetzen Diese paar Reihen da eben in die Kisten kriegen Weil es sonst heute wieder nix wird Und die sollen ja jetzt mal raus Dann bleiben hier nur noch da die Pommeskartoffeln Und da habe ich bisher Immer noch nichts gehört Wann das losgehen soll Ich kann auch nicht mal die Miete sehen In dem Dunst Ich wollte eigentlich heute Morgen mit Jens Schon mal Die ersten zwei oder drei Fließe hier rauf machen Aber das ist zu nebelig Das kann erstmal ein bisschen Noch abtrocknen Die Miete Machen wir das heute Nachmittag Das kann es nicht sehen Da sind sie auch schon wieder am Klettern, kann man das sehen auf der Kamera? Da ziehen sie sich schon wieder Material hoch. Hauptsache das gibt hier nicht noch Stress mit dem Roten. Die müssen jetzt hier, das muss jetzt hier gehen. Gut, die sind ganz am anderen Ende, ich rufe Jürgen gleich an. Ich fange jetzt erstmal die anderen Akkuleiner an und bringe die schon mal zum anderen Schlag hin. Das wird auch noch ein Spaß da, mit denen wieder da wegzufahren. Notfalls hängen wir sie dann auseinander und nach dem Mittag, das ist auch noch egal. Mal schauen. Frühstück. Frühstück. Schnell weg, bevor die Kinder merken, dass ich eins geklaut habe. Das ist wieder so ein klassischer Fall von Lenkungsanschrift, ist nicht gleich Lieferanschrift. Läger wie da. Der ist offensichtlich zur Rechnungsanschrift gefahren. Cooles Equipment für deinen Stahl. Läuft. Wo ich vorhin erzählte, für euch war es eben gerade. Hier Rechnungsanschrift, Lieferanschrift. Das hatten wir damals, als wir die Biogasanlage gebaut haben. Permanent. Also im Grunde fast jede Lieferung. Und das waren einige Lieferungen. Das war echt anstrengend. Ich fahre auf die andere Seite. Oder? Ne. Da war bei uns die Rechnungsanschrift. Bei uns zu Hause. Und die BGA war ja weit außerhalb. Wie ihr ja wisst. Und das war... Es ist permanent schief gegangen. Permanent. Und da gab es halt... Also die Straße hatte im Ort noch auf jeden Fall einen Straßennamen. Aber natürlich keine Hausnummer. Dann haben wir dann diesen Straßennamen. Und dann haben wir immer gesagt, das gibt's gar nicht. Doch, das gibt's. Ach Scheiße, das ist ja doch doof, Inge. Inge, Plane ist das Mist, was ich jetzt mache. Ach Mann. Ne, wir fahren auf die andere Seite. Wir fahren auf die andere Seite. Na, jedenfalls war ich morgens beim Melken. Und dann klingen wir das Telefon. Ja, er wäre da. Wer ist da? Ja, Lieferung XY. Ich sag, falsch. Falsch. Das heißt, dann hat man das immer versucht zu beschreiben. Und einige Male musste man dann auch einfach mal eben mit dem Auto vorweg fahren, weil die konnten es nicht finden. Immer wieder die gleiche Scheiße. So. Ähm. Ja. Wir gehen jetzt das Risiko ein. Und... Oh Mann, das missfällt mir alles. Ich glaube, ich mag die lieber an der Seite haben. Ja. Ja. Damit wir die Tandemkipper hier am Vorgewinde parken können. Ich kann den hier in die Mitte stellen. Dann passt das. Die müssen da an der Seite rechts müssen sie noch einmal lang. Dann ist das an der Seite frei. Dann fangen wir ein bisschen weiter und drehen dann um. Hilft alles nix. Dann kommt das Mitte hier auf den Gerodeten. Dann ist das gut. Rechtsrum scharf fahren ist auch angenehmer, weil die Planen links sind. Und das haken die sich auch noch. So. Ja. So kommt aber mit dem Ruder durch. Das geht. Gerade so. Aber es geht. So. So soll es reichen. Denn... Oh Mann. Gehen wir mal eben abklemmen. So. Ach, den Hydraulikschlauch. Ich habe eben zu Hause noch die beiden Wagen einmal angekippt, damit das Wasser runterläuft. Da war doch ganz gut Regenwasser drauf. Du darfst dich jetzt auch halten. Und dieses automatische Zugmauer an dem 718 ist echt extreme Pussy. Der hält sich schlecht. Jetzt ist er schon ein Beispiel wieder zugegangen. Was soll denn das? Andere gehen gar nicht zu. Und dieses geht davon alleine zu, weil es das geil findet. Das nervt gerade ein bisschen. So. Ja. Theoretisch sollten wir dann morgen hier auf diesem Schlag, ja, morgen fertig werden. Danach nassen Keil roden. Da bin ich mir noch unschlüssig. Ja, mal sehen. Ob wir die nach Hause fahren oder ich weiß nicht, wie viel zu Hause jetzt tatsächlich noch passt. Lassen Keil roden. Danach da, wo sie jetzt gerade sind, alles fertig machen. Das ist ja auf dem Schlag selber, auf dem die Miete jetzt drauf ist. Da sind ja hinten auch noch Kartoffeln, die müssen ja auch noch hin. Die sollen auch da in die Miete. Ja, und dann hatte ich mir für Sonntag eigentlich einen anderen Schlag vorgenommen. Aber, ob wir das noch schaffen, weiß ich nicht. Dann haben wir Badelsdorf, da wer sich erinnert, wer hier alles guckt, der weiß es. Wir haben in Badelsdorf ja einmal vorgewendete Stärke rausgenommen, weil wir da an die Speise ran wollten. Und an der linken Seite sind da ja auch noch die Stärkekartoffeln, die haben auch noch nicht raus. Die müssen ja auch noch weg. Wir können ja einmal spekulieren. Ihr wollt ja immer gerne wissen, wie viel wir noch zu roden haben. Ich muss mal eben kurz grübeln, also fangen wir mit den großen Stellen an. 15 und dann haben wir 10 Hektar Pommes, das sind 25 Hektar. Hier sagen wir mal noch 3, 28, dann haben wir da hinten noch 3, ja so bummelig, 31. Wie viel ist das andere dann noch? Einer 32. Da wäre die Luft dann schon dünner. Also ich würde, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie akut was vergessen habe, würde ich sagen, so rundweg noch 35 Hektar Stand jetzt. Könnte so grob hinkommen. Ja. Mal schauen. Ich wollte gerne so viel wie möglich diese Woche, deshalb reißen wir uns jetzt auch den Arsch auf. Samstag und Sonntag. Weil keiner weiß, wie viel Regen nächste Woche wirklich kommt. Es ist definitiv Regen angesagt, auch Montag schon ein bisschen, Dienstag ein bisschen mehr, Mittwoch noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Es kann durchaus sein, dass wir nächste Woche trotzdem zwischendurch irgendwie roten können. oder vielleicht sogar Montag ganz. Das kann man im Moment nicht abschätzen. Aber wenn Regen kommt und es regnet richtig hart, dann braucht man halt mit dem Ruder nicht losfahren. Auch nicht für die Mieten. Das haut nicht hin. Also so ein bisschen trocken darf das schon gerne sein. Zum anderen, ach siehste, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe da hinten. Ja, aber trotzdem rund 35 plus. Da wo es nass ist, da sollen die irgendwie raus. Weil das Gespiele, das kennen wir ja noch vom letzten Jahr, das haben wir auch nicht vergessen. So, und jetzt, wo ich eben gerade von Kyle erzählt habe, jetzt kann die Kamera auch noch eben eine Minute anbleiben, weil die bekommen dann ja gerade dran vorbei. Da. Habe ich auch schon zweimal, dreimal oder zehnmal erzählt, dass es hier nass ist. Rechts an der Seite und links an der Seite nass in der Mitte ist toll. Der muss dann, wenn wir da, wo wir die Wagen eben abgestellt haben, wenn wir das raus haben, dann muss das hier beigeben. Das wäre mein Plan. Gut, ich knipps gleich nochmal eben an, wenn wir auf der Höhe von der Miete sind, dann können wir nochmal eben gucken. Jetzt sieht man sie, glaube ich, besser. Von wegen sieht man besser. Hier steht der Nebel noch tief. Keine Chance, da ist sie. Also da wäre sie gewesen. Nein, da ist sie, aber ihr seht sie nicht. Das ist, glaube ich, korrekt so. Denn nicht. Dann sehen wir den Roder jetzt auch nicht. Der Nebel ist ja noch tiefer als vorhin. Was soll denn das? Da oben kann man ein Stück von der Mühle sehen. Die Gondel kann ich sehen, aber den Turm nicht. Krass. Läuft. Meine Güte. So. Wir hatten doch neulich das Thema Licht. Und Tagfahrlicht und so. Eben gerade hat mich einer überholt. Da hat die kein Licht an. Aber Tagfahrlicht. Hinten kein Licht. Es ist neblig. Du siehst die Hand vor Augen nicht. Gefühlt. Und der fährt einfach mal ohne Licht hinten. Das ist doch brandgefällig. Wahrscheinlich weißt er das nicht mal. Es ist echt nicht in Ordnung, was sie da für einen Schwachsinn ausgedacht haben. Das ist mir ein Rätsel. Immer noch. Da hinten steht der Ruder. Was auch immer da los ist. Gucken wir gleich mal. Scheiß die Wand an. Jetzt bin ich blöd gefahren. Ich glaube, das ist doch Schlawack. Jetzt bin ich dir nicht. Ich denke ich da. Du siehst. Ich bin blöd gefahren. Was auch immer. Du für siehst du lieber. Du siehst. So, da habe ich alles. Den schaffe ich noch immer. Stehen da immer noch. Und der Autowagen ist natürlich auf der anderen Seite vom Schlag. Also müssen wir da sowieso dran vorbei laufen. Hoffentlich ist da jetzt nichts kaputt. Das fehlt mir noch. So, da sind wir hier. So, da sind wir hier. So, da sind wir hier. So, irgendwas war da drin. Wir haben es nicht gefunden, aber jetzt läuft es. Mit gemischten Gefühlen gerade. Aber jetzt hört man noch nichts mehr. Es läuft ja sauber durch. So, ganz schön, da. Das war's. So, mach schon. Da kam Jens schon zurück. Langsam kommt die Sonne raus und Jürgen hat auch den Übeltäter gefunden. Das war im Roder in der Siebkette. Glück gehabt, da muss ich ja mal den Eigentümer hier fragen, ob er weiß, was das ist, von welcher Maschine das abgefallen ist. Weiß es jemand von euch? Ich habe gerade keine Idee. So, ach komm, mach mal die Lüftung leiser. Ich habe gerade die Reihen gezählt, 76 Reihen, nach diesem Bunker noch 76 Reihen. Lass den ganzen aufhören, ne? Das ist so ein Blüte. Abflug. Oh Gott, bevor ich so ein Bökel mache ich das Mikrofon noch einmal. Also, es sind noch 76 Reihen hier und er kriegt drei Runden auf dem Wagen. Ja gut, jetzt ist es natürlich wieder bei den Akkulinern. Geht wahrscheinlich eine halbe Runde oder so weniger auf. Keine Ahnung, aber dann wären das noch 6,3 Tandemkipper jetzt. Also sagen wir mal noch knapp sieben Wagen. So, das ist einfacher. Drei haben wir hier. Wir umschalten, vier fehlen dann noch. Die sind kippe ich direkt ab, weil wir eh was zum Laden brauchen für die Nachmittagstour Wietzendorf. Da ist nicht mehr genug. Jetzt wäre es wieder viel gelingen, hier zu gucken. Dann haben wir vier. Ah gut, jetzt ist es halb elf. Die schaffen jetzt noch eins. Warte mal, vier Wagen schaffen sie noch. Drei haben wir hier ja. Ne, schade. Ich habe gerade eben kurz überlegt, ob wir das vielleicht doch noch rauskriegen hier heute. und dann wechseln. Es sei denn, Jürgen bleibt eine halbe Stunde länger. Oh Alter, ich sehe hier einen Scheiß sehe ich. Jürgen bleibt eine halbe Stunde länger, aber er muss ja in den Mittag weg. Aber dann kriegen wir das morgen auf jeden Fall. Dann müssen wir morgen noch mal eben kurz her. Zweieinhalb Wagen hier unten. Also eine gute anderthalb Stunden. Über den Daumen. Ja. Morgen ist Samstag. So, dann sind wir hier halb neun hier fertig. Dann geht das um, könnte das theoretisch um neun. Plus minus beim Keil los. Viertel vor neun. Bei dem nassen Keil. Dann könnte das mittags. Ach nee, komm, wir fahren den Häuferweg, das ist scheiße. Mittags. Den Rest bei der Miete weiter bei der. Oder aber hintere Halle beim nassen. Das ist wahrscheinlich schlauer. Wahrscheinlich ist das schlauer. Ich muss da mal, wenn sich den Nebel verzogen hat, muss ich mal gucken, wie das an dem Ende, wo so die Miete roden, wie das da aussieht. An dem hinteren Teil, an der rechten Seite ist definitiv auch nass. Und da ist es höchstwahrscheinlich jetzt sowieso schon zu nass, als dass wir da die Reihen ganz an der Straße rauskriegen könnten. Deshalb wird das fast noch egal. Ich muss grübeln. Aber irgendwie geht es schon weiter. So, dann habe ich Informationen gekriegt, wann wir denn wohl Pommes liefern dürfen. Das ist noch ne Woche hin. Aber das habe ich grob schon mal so eingetaktet. Ich habe jetzt so ein bisschen Hoffnung, wenn wir nächste Woche nicht wirklich richtig krass Regen kriegen, dass wir in der Theorie so wohlgemerkt die Stärke raus haben, wenn das mit dem Pommes losgeht. Was ich natürlich hart feiern würde. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Einmal schauen. So, auf nach Hause, kippen und wieder her. Bis zum nächsten Mal. Da fällt mir gerade noch ein, da hatte jemand gefragt, wie zufrieden ich denn hier mit dem 716 bin, auf dem wir hier gerade sitzen. Er bietet sich ja an, das mal eben zu beantworten. Also wir haben jetzt 8442,7 Betriebsstunden auf dem Schlepper. Und fast jede selber aufgefahren. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht richtig. Ich glaube, der hatte knapp 100 Stunden. Ich weiß, es wird nicht mehr. Aber irgendwie, also quasi neu war der. Und der hat noch nie ernsthafte Probleme gemacht. Haben kein Holz hier zum draufklopfen, doch da. Also wirklich, der läuft richtig, richtig gut. Der hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Guter Schlepper. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, keine großen Reparaturen. Immer nur, wenn du mal Kleinigkeiten. Triebsatz ist der erste. Motor natürlich auch. Kupplung, alles noch original. Also Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Robuster, solider Schlepper. Mit Leistung für die Größe. Jo, wir haben jetzt den alten Akkuleiner-Zug hier im Schlepptau. Da haben Jens und Vater dann eben zu Hause die Trocknungsböen schon runtergekriegt. Das sind in Verdien jetzt hin. Dann können wir uns noch überlegen, je nachdem, wie lange genau Jürgen jetzt heute machen kann. Ob ich den Tandem gleich direkt noch abkippe oder nochmal eben warte. Ich hänge diese Wagen auf jeden Fall hier ab. Lass den Tandem, auch wenn er jetzt voll werden sollte, noch eben hier. Damit ich mit diesem Schlepper noch eben den Kistenwagen wieder nach Hause fahren kann. Weil der müsste ja auch voll sein. Beziehungsweise die Kartoffeln da raus. Der muss ja auch noch nach Hause. Und dann sehen wir weiter. Dann tausche ich im Zweifelsfall lieber noch einmal die Tandemkippe untereinander aus. Oh, das war knapp. Scheiße. Boah, gerade so eben, ey. Da habe ich nicht aufgepasst. Da hätte ich ein bisschen ausholen müssen. Aber es hat gepasst. Puh. Scheiße, das war echt knapp. Recht raus. Schnell hinfahren und Jürgen interviewen. So, jetzt ist es fraglich, ob wir hier wegkommen. Schauen wir mal. Nein. Schnell hinfahren und Jürgen. Fack. Fack. Eines Klappkörn. Schaut her. Das war's für heute. So vielleicht. Oh nein, ich häng das jetzt hier nicht ab und häng das hier auf dem scheiß Grasweg zusammen, um dann noch beschissener wegzukommen. Wir fahren jetzt einmal mehr und dann ist das so. Ach ja. Ah, hier spielt Brandner Kickbob. Was macht der denn da? Weißdrechen oder sowas? Wow. Wow. Oh. 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 Das ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Mittag durch, wir sind wieder hier, letzten Wagen holen, der eben nicht weg wollte. Ja, ich gebe zu, das war ein bisschen blöd geplant jetzt, dass wir hier dreimal anreisen müssen. Ist ein bisschen scheiße, aber ist jetzt so. Morgen früh kommt hier der Rest raus. Ich muss gleich noch einmal reinzählen, ob das hinkommt, was ich vorhin ausgerechnet habe. So, unser Stock. Krieg ich den auch noch mal zu sehen. Bestes Wetter. Licht wäre auch noch schön. Ach, ihr könnt ja auch da bleiben. Ihr habt ja ein Dach überkommen, aber die Kamera, die ist schon. So, dann... Nehmen wir nach Hause. Sollen wir die eingelassen eigentlich? Ja. Ganz geschmeidig. Ach, ich wollte doch reinzählen. Scheißegal. Erinnert mich dran, dass ich euch morgen dann den Ertrag sage. Also wenn das so hinkommt, dass das noch drei Wagen sind, wie Jürgen vorhin meinte, als er hier abgereist ist, dann sind das irgendwie knapp 45 Tonnen hier gewesen. Ja. Was sollste sagen? Ist okay. Solide. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist okay. So, auf nach Hause. So, jetzt habe ich uns ein bisschen zugeschissen hier. Eieiei. So, Jens muss im Lkw hier durch. Ach, da steht ja noch der andere. Ja. Ja, nö. Dann nehmen wir den erstmal weg. Das ist ein Platz. Das passt alles nicht wirklich. Mein, wie will ich denn das jetzt? Ach, wie will ich denn da jetzt ranfahren? Nichts genau weiß man nicht. Von da. Ja. An wegen was glaube ich so. Irgendwie. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alles scheiße hier. Boah Alter, das passt doch alles nicht. Scheiße. Ach. Geht. Nicht schön, aber geht. Ja. Keine Ahnung. Ach, einmal kurz. Könnte schon fast passen. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Mal. Ich muss drehen. Ich muss gehen. Die Wasser catchen. Ben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So, wenn wir ihn wieder zusammenhängen... Bist du drin, sag mal ihm Bescheid. Sollte passen, ne? So, ein Wagen. Ich weiß nicht, ob auf dem zweiten neuen Akkuleiner noch was drauf ist. Da müssen wir gleich mal gucken. Also der vordere ist auf jeden Fall noch voll. Den laden wir gleich ab. Aber vorher stellen wir jetzt das Band um. Die Miete ist voll. Da will ich jetzt nix mehr vorkippen. Kann man zum Ende kommen. Kann da vielleicht noch einer vor im Notfall. Aber irgendwo müssen wir auch noch fahren, ne? Das sieht gut aus. Das ist noch die Überlegung. Kann ich den jetzt hier so stehen lassen? Ja, wir lassen das hier so stehen. Ja, das sollte passen. So. Hier kommt mit. Klipper bleiben hier. Ja, wir hängen schon mal eben den nächsten an. Dann können wir da auch gleich mal so... Der vordere ist voll, definitiv. Hintere? Keine Ahnung. Ich vermute mal, der ist leer. Aber wir gucken da noch mal eben rauf. Jetzt eben anhängen und dann gehen wir erst mal bei, ja, den Tandem zur Seite. Weil die kommen wir nicht lang. Jetzt werden wir zur Engel. Dann das Band umstellen mit dem Start. Dazu muss der Schlepper, aber nicht weiter blubbern. Wir machen erst das Band. Das ist auch die Frage, ob ich den... Den ziehe ich gleich erst mal einmal mit rum. Ey! Ich schmeiße das Gummi hier ab. Was soll das denn? Und wer sich fragt, warum ich keine Brille aufhabe, das habe ich mich auch gefragt vorhin. Ich habe es eben erst gemerkt. Vorhin meine ich, dass ich die den ganzen Tag vergessen habe. Das kann nicht angehen, ehrlich. Ja, der Stecker kann auch schon ran. Dann kann der da gleich hinterbleiben, wenn der andere leer ist. Aber so leicht, wie der vom Feld ging, muss der eigentlich leer sein. Oh, da ist er voll leer. Voll leer, voll leer. So. Förderband umfahren. Nee, erst mal, der kann ja schon mal eben mit einer Seite einen Weg sparen. Und dann den stellen wir, äh, keine Ahnung. Irgendwo anders hin. Den hatten Vater und Jens schon abgeladen. Nein, ich will nicht die alten Anstellung wiederherstellen. Den hatten Vater und Jens ja schon abgeladen. Äh... Der ist auch noch fast komplett mit auf dem LKW raufgegangen für Piezendorf. So, in der Halle wäre auch Platz. Da fahren wir genau. Da fahren wir nachher den Zug, denn es sind die Scheiben zum Miss Freiburg. Da fahren wir nachher den Zug rein mit Schlepper. Und diesen fahren wir hinter den anderen. So wird ein Stub raus. Dann komme ich morgen früh auch schnell in Gang. So, den lassen wir nämlich hier. Jetzt aber Förderband umstellen. Habe ich eigentlich nur Akku? Sieht so aus. Von der... Auch nicht. So, weil ich Fuchs bin, habe ich mir das eben schon umgestellt, dass ich das Kabel nicht nochmal einstecken muss. Ihr könnt jetzt hier oben drauf mitfahren. So irgendwie. So irgendwie. Und ich hole mir den Stapler. Der H50 will gerade nicht anspringen. Ich muss da gleich unbedingt nachgucken. Vater sagte das vorhin. Was damit ist. Denn den brauchen wir ja auch noch. Oh, wahrscheinlich. Und wenn ich da nichts finde, dann muss ich noch Werkstatt anrufen. Und da muss noch nicht mal einer herkommen, aber ob man da erst mal gucken soll, ne? Pah, mein Schiss. So. Da habe ich jetzt auch nicht auf die Ruhe geguckt. Erstmal Raurose-Kartorellen. Nein, ja. Kartorellen. Nein, Kartorellen. Nein, Kartorellen. Und irgendwann im Winter werden Jens und ich dabei gehen. Jens, wenn du das hier hörst und siehst, erinnere mich, da gehen wir nochmal dran. Schmieren den Lenken auf, mal richtig. Ich muss ein bisschen von ab, sonst fahre ich hier die ganzen Koffel frei. Das ist nicht schön. Vier Stück habe ich schon erwischt. Jetzt aber auch, man, hoffentlich passt das. Ah, das Kabel reicht da gar nicht hin, glaube ich. Schade. Ach, dann klauen wir uns vom Bunker eins. Ja, das kann ich. Das machen wir. Dann müsste es passen. Das Blüdern da vorne. Ach, das hört ihr gar nicht. Hier hört ihr mich. Das ist aber normal. Macht da nix, eh? So, den muss ich, glaube ich, an dem anderen Ende noch ein bisschen weiter einziehen. Damit wir uns auf der Seite da auch noch rühren können. Wir stellen das erstmal hin und gucken, was passiert. Abstand, wie muss ich da? So, ungefähr. Viel mal Auge. So, anfängst gerade. Und jetzt rückwärts. Jetzt müssen wir noch ein paar Meter wieder zurück. Aber wie weit? So weit. Das Band fahren wir ja noch aus. Sinnigerweise. Wir können ja mal eben einmal spekulieren zusammen. Kommen wir mal eben mit. Das Band fährt noch aus. Auf insgesamt 13 Meter. Na, jetzt. Könnte gehen. Wir probieren das. Wir lassen das erstmal so stehen. Da lang. So, abhängen. Nicht wegrollen. So, jetzt gucken wir noch mal eben, ob wir da was finden. Rote Lampe. Batterie plattweil. Weil... Lichtmaschine kaputt oder... Keine Ahnung. Jetzt habe ich keine Zeit dafür. Einen Totschalter hat er ja nicht. Würde ich sagen, ne. Zündung. Sehr spät. Geht doch. Aber warum macht der jetzt... Ich weiß das. Kennt jemand dieses Connect-Scheiß? Normalerweise ist es so. Man legt diesen Magnetscheiß... ...oder was auch immer das für ein Piss ist... ...da rauf. Dann sind beide Lampen grün. Und dann kann man die Zündung zünden. So. Jetzt blinkt der links rot. Aber er ist trotzdem angesprochen. Am liebsten hätte ich den ganzen Mist hier raus. Braucht kein Mensch. Das ist ja interessant. Puppe geht ja auch, als das Wichtige geht. Ja, keine Ahnung, was das jetzt ist. Das ist mir jetzt auch ein Rätsel. Der Vater hat wahrscheinlich gar nicht versucht zu drehen, weil der nicht beide grün gezeigt hat. Das würde ich jetzt mal so vermuten, dass das... Warte mal, wo nehmen wir den hin? So, dass wir rankommen. Wenn die Wagen hier drin sind. So, der Bein hier. Kann auch da stehen. Hier fangen wir jetzt wenig rein. Da hinten habe ich das Kabel noch für Verlüfter. So. Ich will mal was ausprobieren. Weil der geht eigentlich von alleine nach einer Minute aus. Gucken wir, ob das jetzt auch noch macht. Wenn nicht, dann kann das alles gerne so bleiben, wie es ist. Äh, was jetzt? Kartoffeln ranschieben, Wagen ranfahren, ohne Attacke. S haben Twoja Platz, SchPa Th NES, oder in Teamages, als er sie mit dem 이상 makeup. S Nev – Äh, was jetzt kommt, damit wir das hierhin ja sind. And Sunnie. Und gleich geht's. Mit Ajintosh浪 – Und G dummy. Und jetzt geht's? Alright. Das geht's. Also geht's. Und wie ich da – Orang산 Kundalanz. Ah schon fast ein bisschen viel so WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dann stellen wir die hier vorne hin. Egal, kalt. Hier müsste Jens auch bald mal kommen, ob da wieder was im Argen ist in Wietzendorf oder was da los ist. Stau? Man weiß es nicht. Warte mal, wann ist Jens denn losgefahren? Nee, stimmt gar nicht. Wann ist Jens denn losgefahren? Halb zwei, glaube ich. Nee, 20 vor zwei oder sowas. Wie spät ist es jetzt? Vier, ne? 20 vor zwei, 20 vor drei, da. Drei, 20 vor vier. Naja, du guckst langsam. Ah, da fällt mir noch was ein. Mir wurde heute Morgen beim Frühstückscafé ein Video vorgeschlagen. Von Herrn Hobby Knebel. Ey, Hobby, alte Hütte. Was ist denn das bitte für ein geiles Fahrzeug? Wer das nicht gesehen hat, sollte mal Hobby Knebel über YouTube gucken. Der hat sich ein K700 tatsächlich gekauft. Hammergeile Hütte. Also an der Stelle muss man aber auch dazu sagen, für mich wäre das nix. Also ich würde wohl, das ist so ein nice to have, ne? Und geiler Sound und einfach geil und mal eben ein paar Meter fahren juckt. Aber meine Bandscheiben, die würden das sofort bemängeln. Aber Hobby ist ja auch noch deutlich jünger, also der Kars wohl ab. Geiles Ding, wirklich. Ich bin gespannt, ob der mal auf dem Acker im Einsatz ist und wie der sich dabei gibt vor allem. Also ich werde es weiter verfolgen. So, die beiden Kisten noch weg. Zu decken brauchen wir heute nicht, wobei eventuell machen wir hier über diese Miete noch einen Fließ rüber. Aber Regen gibt's jetzt nicht. Der kommt erst am ersten Montag. Bei der anderen Miete sind Marien und Raluca gerade bei. Die haben den Autowagen und haben da drei Vliese raufgeschmissen und schmeißen die Vliese schon mal auf die Miete, dass da schon mal der erste Teil zum Schluss ist. Das müsste aber auch jeden Moment fertig sein. Dann sollen die beiden mal Feierabend machen. Morgen früh erst wieder um sieben los. So, ein Lach. Dann haben wir das auch erledigt. Die werden wir wahrscheinlich Montag, wenn's regnet, noch einmal eben durchsortieren. Die ganz großen rausnehmen, damit wir dann später wieder was für den Hofladen haben. Und die können eigentlich, da fragen ja auch schon viele nach, dann auch mit in den Onlineshop. Das Ding ist, im Onlineshop verkaufe ich ausschließlich abgelagerte Ware. Das habe ich schon immer so gemacht. Ich muss aber auch zugeben, letztes Jahr haben wir es gar nicht geschafft. Das ist ja wirklich peinlich, aber ich habe es nicht geschafft. Dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, die Kartoffeln wieder reinzunehmen. Wir müssen dann bloß nochmal nach den Versandkosten. Also ich habe die Versandkosten ja nicht erhöht. DHL hat es aber erhöht. Also es ist so, dass wir jetzt im Vergleich zu vor einem halben Jahr, das ist glaube ich vor einem Sommer meine ich, haben die erhöht zuletzt. Das haben wir nicht durchgereicht. Aber bei den Kartoffeln, da die dann ja schwer sind, da müssen wir dann nochmal, also bei zweieinhalb Kilo natürlich nicht. Aber wenn jetzt zehn Kilo Säcke auch wieder online sollen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das auch so sein soll. Dann muss ich die Versandkosten nochmal neu ermitteln. Dann muss ich gucken, dass wir das irgendwie, das werden wir zu dem alten Preis sicherlich nicht hinbekommen. Da muss ich rechnen. Ich guck das nochmal nach. Wie viel Kilo, wie viel Euros, was wir letztes Jahr bzw. vorletztes Jahr genommen haben. Das wird wahrscheinlich dann nicht mehr ganz reichen. Ja, das ist so. Den Stapler stellen wir uns jetzt noch weiter rein. Dann kann ich nämlich gleich schon jetzt schon den anderen Schlepper hier reinfahren. Dann kommt Jens hier trotzdem dran vorbei. Dann fahren wir einfach vorwärts rein, dass der Schlepper ganz drin ist. Dann ist der Wagen so weit drin, dass man mit dem Lkw durchkommt. Zumindest stelle ich mir das so vor. So, hier vorne haben wir noch Kisten stehen. Jetzt muss ich euch erstmal wieder zum Dach flippen. Wo seid ihr denn da? Komm mal her. Hier haben wir noch Kisten stehen, die zum Schälen eigentlich sollen. Haben wir aber jetzt auch noch nicht wieder abgesprochen. Wann? Den Schlepper wollte ich holen. Da könnt ihr auch nochmal eben mitkommen. Oh, ich sehe hier der Akku von der Kamera. Ach, da ist der Mikrofonakku wahrscheinlich auch. Warum zeigt ihr mir den Mikrofonakku nicht an? Kann mir das jemand erklären? Verstehst nicht. Ich habe den schon mal gesehen. Also irgendwie kann man das machen. Oder man kann das nur vorne auch nicht. Oder man kann das nur im Menü ersehen. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt machen wir den Wagen noch nicht mal an der Seite. So viel Zeit muss im Akku sein. Und dann machen wir das gleich alles. Dann feiern wir das alles frisch für morgen. Und übermorgen. Aber primär für morgen. Weil morgen Abend irgendwann. Nach Feierabend. Wollen wir dieses Video schneiden. So. Scheiße drauf. Kann man noch warten. Dann fahren wir einmal außen. Ne, außen rum passt nicht. Auch das noch. Da steht noch der andere Zimmer. Boah, den muss ich da eigentlich auch noch weg haben, bevor ich mit dem ersten vollen morgen früh komme. Mann ey. Aber morgen. Ne. Da haben wir ja 7,18 den wir da eben vorhängen können. So machen wir das. So kommt Jens da dreimal drin vorbei. Alright. Easy. Nice. So. 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 Das war's. Jens hat ihn auch eingelocht, haben wir heute pünktlich Feierabend, sehr schön, da gibt es noch einen Kaffee und ein Feierabendchen oder nur ein Feierabendchen, aber irgendwas gibt es jetzt noch, das haben wir uns verdient. Marien und Luca sind auch im Feierabend, die sind da, alles fertig, sehr schön. Das ist auch mal nett, Feierabend im Sonnenschein. Jo, das war es diese Woche mit Wietzendorf, 1000 Tonnen haben wir auch erreicht, die ersten 1000, die wir hin haben, insgesamt 3300 sind es ja und heute haben wir mal 20,6% Stärke und 3,2% Schmutz, das ist schon mal richtig nice. Feine Sache, so, Chef kommt, der droht jetzt wohl mit Feierabend, oh, schmücken wir auch, das wollen wir nicht zeigen, okay, tschüss. Ha, Kaffee, guten Morgen, Samstag, 5. Oktober, halb sieben. Schmeißen schnell den ersten Schlepper an, dann Lüftung anmachen, gucken nach der Temperatur und dann geht's los. Und dann geht's los. Geräusche. Lüftung an, dann geht's los. Die Fuchs hat da die Palette mit dem Fies hingeschmissen, ne? Scheiße! Ach, Mann! Kommt man da jetzt dran vorbei, oder nicht? Shit! Die Klasse geht hier wieder gut los hier. Das können wir sehen. Wäre geil, jetzt hätte ich genau, oder was? Das glaube ich jetzt hätte ich. Das kommt. Ausgehen. Das wäre dann schon. Das war es noch nicht so viel überrascht. Was ist denn? Ach, ist das schön mit freien Scheiben am frühen Morgen. 4,3 Grad. 4,3 Grad. 4,3 Grad. 4,3 Grad. Mann, krass. 3,7 Lufttemperatur, sagt der Trecker, aber da unten ist weiß. Hui. Der Winter kommt. So, dann ist er hier auch raus im Weg. Jetzt den nochmal eben rausholen, dann kann Jens den gleich mal nehmen, der kommt nämlich auch gleich. So, dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das kommt davon, wenn man nur unterwegs ist, auf dem Schlag war ich hier noch gar nicht und den haben sie fast abgerodet, das ist ja irre, ja, wir wollen den Rest hier wegnehmen Ich glaube, wir fahren jetzt wieder zum Hof und dann komme ich mit dem Bus wieder, aber hier haben sie erst mal zu tun Sven fährt ohne mich, ich bleibe hier, 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 bis der voll ist leicht und komme dann nach Hause, macht ja auch Sinn irgendwo, aber bitte ich glaube, ich bleibe hier, ich bleibe hier, ich bleibe hier, ich lebe hier, ich bleibe hieréis... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie spät haben wir es? 10 vor 8 Entschuldigung Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, der Schlag ist geräumt. Sehr schön. Jetzt wollen wir hier mal eben wegfahren, aber da ist der hintere Wagen leer. Das sollte jetzt eigentlich kein so großes Problem darstellen. Zumindest glaube ich, dass er ganz leer ist. Ich hab da jetzt nicht drauf geguckt. So, jetzt fahren wir, jetzt ist ein schwieriges Stück dran, der nasse Keil. Ich fahr da jetzt zurück auch mal eben da dran vorbei. Mal sehen, ob wir da irgendwo Platz finden, um den hinteren Wagen da vielleicht abzuhängen. Also wahrscheinlich nicht. Das ist da echt sehr eng alles. Da muss erst ein bisschen ausgerodet werden, aber wir gucken mal. Wenn das passt, dann lassen wir den gleich da. Und ansonsten kommt er erstmal mit nach Hause. Schön, schön. 8.47 Uhr. Das ist ein bisschen schließlich. Hier, wenn ich mir wirklich was... Mal spekulieren... Bruder, haben immer Vorfahren! Rehlein, ich hab deinen Hirsch gesehen! Rehlein... Untertitelung des ZDF, 2020 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 dass man quasi bei jedem Steuergerät auch mit Gefühl arbeiten kann. Wir haben ja jetzt den 718 im Moment auch mit in Gang. Da ist ein Akkuleiner hinter zum Zwischenfahren. Da benutzen wir das rote Steuergerät, weil das Blau und das Gelbe, da ist ja der Fremdweller drauf. Ja, mir ist bewusst, dass man die Ölmenge einstellen kann. Das ist schon richtig. Trotzdem kann man mit diesen Plus- und Minus-Tasten, die auf dem Hauptfahrhebel sind, nicht mit Gefühl bedienen. Sondern immer nur ja oder nee. Das halt scheiße. Wenn ich jetzt mal vorsichtig ankippen möchte, kann die Ölmenge reduzieren. Was auch kein Problem ist und ja auch schnell geht. Aber dann kann ich nicht, wenn ich mehr Druck geben will, mehr Druck geben. Dann muss ich wieder hochregeln. Und das ist mit den Rockern beim Abgang 6, ist das echt geil, muss ich sagen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Feine Sache. Und das wollte ich gerne in diesem Video noch losgeworden sein. Sonst vergesse ich es ja nicht wieder. Ich habe da im letzten Video schon gerade gedacht. So, wir sind jetzt nicht mehr ganz weit weg vom Ende. Bis hier nichts mehr geht, ne? Zwei, drei Wagen, dann ist hier bei der Miete wahrscheinlich schon Schluss. Ja, drei mit Quetschen könnte gehen, aber dann ist wirklich Schluss hier, ne? Das soll frei bleiben. Da können wir dann zwischendurch, ich fahre die Palette noch irgendwo anders hin, wo auch immer. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt da den 800 noch eben weggenommen, der stand da. Und die Paletten weggenommen und so weiter, damit wir nachher noch eben an den Bunker da rankommen. Wir wollen noch ein paar Kisten, paar Kartoffeln in die Kiste kriegen über die Maschine. Das habe ich soweit alles vorbereitet, kann jederzeit losgehen. Auf dem Keilstück, da kommen jetzt wahrscheinlich noch zwei, maximal drei Wagen. Dann ist das Stück raus, dann haben wir noch ein Stück geräumt, das ist schon mal toll. Vor allem sind wir da aus dem Nassen raus, das ist das Gute. Und dann wollen wir da hinten wieder angreifen, in der Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen besser sieht. Er ist ja jetzt auch mit dem Revo da, das sollte besser gehen als letztes Mal mit dem SE. Aber wenn es heute und morgen nicht geht, dann geht es ganz lange erstmal wieder nicht, weil ab Montag, Montag ein bisschen Regen, ein, zwei Liter, nicht schlimm, da werden wir auch oben. Aber ab Dienstag steht da jetzt immer noch richtig, richtig viel Regen. Und auch die ganze Woche irgendwie, Dienstag bis Freitag oder sowas. Und da will ich vorher aus den nassen Löchern raus sein, also unbedingt. Da hinten schaffen wir es jetzt, da ist dann alles nasse, ja fast. Aber ganz an der einen Seite, bei dem vorletzten Schlacht, da kommen wir eh nicht hin, das steht jetzt noch Wasser. Naja und da, da wird es auch kritisch, wenn wir da nicht vorm Regen beikommen. Jo, so, bis gleich. Das sind quasi gefühlsechte Rocker. Da freuen sich bestimmt die Rockerbräute. Da freuen sich. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Also, ihr seht im Moment vom Feld nix und vom Bruder, weil Jens im Feierabend ist und seine Kamera da noch in meiner Tasche, die habe ich noch nicht ausgeräumt und verdammt fährt die Wagen hin und her und ich lade sie ab. So, Klappe zu und dann Band umstellen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nicht gefühlsecht Kommen wir hier doch nochmal zum Gucken Ja, Mann ey So, wir holten den letzten Tandem weg, ich habe hier den hergefahren Wir düsen jetzt schnell wieder nach Hause, ich muss den Heinfiller noch umstellen, die sind schon beim nächsten Schlag angekommen gerade Jo, der letzte Wagen für diese Miete, das war kein Zweck mehr So, das können wir uns hier gar nicht mehr rühren Der ist scheint auch nicht ganz voll, aber egal Wenn wir dann da hinten fertig sind und mit dem Bunker fertig sind, dann kann man hier noch mal ein oder zwei vorfahren Vor die erste Miete können wir nochmal zwei vor und hier nochmal zwei, aber das dann ganz zum Schluss an der Ernte mal gucken Kaffeexpress ist schon so weit Zeitrend, ey Zeitrend, ey Na, noch pickfine Topfkuchen gebacken Ganz frisch, der ist noch warm Der schmeckt wie Kaffee auf dem Film, bei dem Wetter sowieso Butterkuchen, das dauert noch ein bisschen Ja, also mein Plan, mein Wunschdenken vielmehr, Plan ist ja übertrieben, mein Wunschdenken klappt nicht Egal, aber wir schaffen ein ganzes Stück aus dem Nassen raus heute Wir haben es jetzt zehn nach drei Bis um sieben wollen wir machen und morgen um sieben geht es weiter, ist der Plan zumindest Ja, läuft sich zurecht So, Kaffee raus, ich habe ein Dröhnchen eingepackt, ich will mal gucken, ob das vielleicht gleich noch inzwischen passt Das passt vielleicht jetzt, jetzt aber schnell Musik 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 Ich habe es noch geschafft, was davon geworden ist, weiß ich nicht, aber besser als nichts allemal würde ich sagen. Endspurt für heute 15.30 Uhr bis 19 Uhr noch und dann geht es für mich an den Computer diesen Block schneiden. So, Mikrofon. Sorge. Keine Ahnung. Oh Mann, jetzt hängt das hier wieder auf halb acht, Alter. Also ich bin zu Hause, ich habe nicht geschafft, die Kamera anzumachen. Zu Hause dabei, noch ein paar Kisten abzupacken. Der zweite Wagen ist da, aber noch nicht leer. Jetzt wollen wir mal eben gucken, wie hier die Lage ist. Eigentlich zwei volle Wagen stehen zu Hause noch, die wollte ich eigentlich auch noch mit abkisten. Mal schauen, ob das noch klappt. Jetzt haben wir das halb sechs, anderthalb Stunden noch. Das heißt, ein Zug, anderthalb, also drei Wagen noch. Ja, wenn ich den anderen Tandem noch herfahre, mehr wird es dann aber sicherlich nicht mehr, was die hier brauchen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Das sieht aber ja schon ganz ordentlich aus hier. Großartig, wozu? Aber das ist doch scheiße. Jetzt habe ich nichts zum Fahren hier. Das muss ich mir neben dem abhängen. Hilft da als nix. Hier könnt ihr irgendwo gucken. Ja, das wird noch lustig. Um sieben, das Rund zu Ende ist. Da habe ich ja mindestens noch eine Stunde. Muss ja auch für morgen wieder Wagen leer haben. Ja, ich muss das mal ein bisschen überdenken, wie ich das jetzt zeitmäßig mache. Ich wollte ja gerne auch noch dieses Video schneiden. Das wird wahrscheinlich auch noch mindestens zwei Stunden in Anspruch nehmen, wenn nicht drei. Ach, scheiß drauf hier. Ja, irgendwie so. Jetzt haben wir da so komische Bewölkung. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber regnen soll es nicht. Haben sie alle gesagt, gibt ja Regen. Also glaube ich das jetzt auch mal, dass das so ist und dabei bleibt. Und wir fahren hier über den Acker zum Hof. Da kann ich direkt in der Halle weiter sortieren. Das ist der Dusseli-Gummiring doch noch von der Kameralinse ab. Da bleibt mir jetzt noch ab, der Camp kommt drauf. Wenn jetzt seine Kamera hatte ich, dann hab ich das so schon verloren. Oh Mann, ich weiß nicht, wo der ist. Der muss irgendwo im Büro liegen, aber keine Ahnung wo. Jo, also bis gleich. So, wollen wir mal eben gucken. Ich glaube, ich kann noch ein Stück wieder hochkippen. Da sind noch zwei volle Wagen, die eigentlich heute auch noch durch sollen. Oh ja. Dann machen wir mal an, kippen. Und dann die Maschinen wieder anschmeißen. Ach so, ich weiß noch nicht, wie auf der Untertitelung des ZDF, 2020 Fünf nach sechs. Jürgen sagt, die beiden Wagen reichen ihm. Aber er ist gut eine Stunde zwei Wagen. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr mal ganz voll. Ich bin jetzt mit dem Autowagen hier, damit Raluco und Marien mit dem Autowagen um sieben nach Hause fahren können. Den nehme ich jetzt gleich mit. Der wird gleich voll mit dem Bunker da. Dann sortiere ich den Tandem, der jetzt gerade dran steht, noch eben leer. Und dann muss ich mal gucken, ob ich einen Wagen eben so abkippe. Wir brauchen ja morgen früh leere Wagen. Mal schauen. Dann geht das hier morgen früh weiter. Hier erstmal komplett räumen. Da an der Seite. Da sind noch Fontane. Aber die werden nicht besser gerade. Die werden wir morgen auch rausnehmen. Und dann machen wir die in eine Feldmiete. Das hilft alles nichts. Aber die müssen da jetzt weg. Die Regenmengen, die da ab Dienstag kommen sollen. Das ist mir zu riskant. Da können wir noch fahren, wenn es nass wird. Aber da definitiv nicht. Das ist mir zu, dass wir jetzt nicht mehr so weit weg sind. Wir brauchen jetzt die Regenmengen. Und dann wird das hier. Also, wir brauchen die Regenmengen. Die Regenmengen. Die Regenmengen. Die Regenmengen. Die Regenmengen. Die Regenmengen. Das war's für heute. Rundfunk WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 Passt. So, 10 Minuten oder so, dann machen die da auch Schluss. Jo, was habe ich denn jetzt, wo habe ich denn den 716, der ist lose, ne? Ja, der kann nämlich der hier davor bleiben. Ja, auch das ist richtig. Jetzt habe ich noch keine Lösung. Wo will ich denn jetzt den vollen Tannen hinstellen? Ich stelle einfach hochplatte. Ja, da passiert ja nichts dran. So, der kann nämlich jetzt hier so bleiben. Der kann hier bleiben. So, dann kann ich die Maschine nochmal eben ausknipsen, bevor ich das vergesse. Aus, aus, aus. Habe ich den Tisch schon aus? Tisch habe ich aus. Der ist auch aus. Okay. So. Jetzt den Patienten. Der muss irgendwie so an der Seite, dass ich mit dem vollen Wagen hier rum kann und nachher auch wieder weg kommen, um den abzuladen. Den stellen wir einfach vor den Stall. Ja. Dann ist er hier aus dem Weg. So, dass ich auch noch mit dem 716 wegkomme, ne? Hey. Äh. Äh. Ja. Hilft nicht so. Wir müssen eben drücken. Wie im Moment. Und? Ja. Und? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So sollte das passen. Ja, das passt. 716 holen, den Wagen holen. Jo, ich kriege den anderen Wagen gar nicht mehr voll, aber das ist dann so. Wir haben ja auch schon 12 Stunden. So, komm schon. Das darf jetzt aber passen. Natürlich nicht. Warum auch? Warum? Das wäre jetzt so langweilig. Noch tiefer. Das muss aber passen. Das ist so langweilig. Das ist so langweilig. Ja, das siebt hier einfach total scheiße. Da ist auch echt viel Sand immer noch auf dem Wagen. Das bestätigt uns aber natürlich auch darin, dass es richtig ist, den Bums hier vorm Regen irgendwie rauszuholen. So. Kann losgehen. So ein Peakfinder, das wäre was für die Drohne gewesen. Hätte ich nur Zeit gehabt. Schade. So ein schöner Sonnenuntergang. Habe ich dir schon gesagt. Voll geil. Da merkst du aber sofort den Unterschied zum Tandem. Erstmal das Gewicht auf der Hinterachse vom Schlepper, deswegen ziehen. Na gut, klar. Ist jetzt auch ein kleinerer Trecker, aber trotzdem. Und die Puschen, ne? Das merkst du einfach. So, wir fahren lieber über die Straße. Das müssen wir jetzt nicht alles über den Hacker schleppen. Ich bin gerade tatsächlich schon geneigt, ein richtiges Uncut draus zu machen. Ich weiß es nicht, ey. Also sollte das hier, was ihr gerade gesehen habt, was jetzt hier wahrscheinlich auch in Kürze zu Ende ist, komplett ungeschnitten sein und sogar vielleicht ohne Datumangabe und sowas alles und ohne Jenseinblendung, da möchte ich mich in aller Form dafür entschuldigen. Sollte das so sein, könnte passieren. 50 Grad. So, bis gleich. Ich hab keine Ahnung, ob das passt. Schön ist aber das Money. Das kann eigentlich nicht sein. Von hier sieht das falsch aus. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das mit der Dachlinie passt. Wenn wir mal von außen gucken. Jetzt mal anfangen. Das Band hätte mit dem Arsch ein bisschen weiter raus müssen, fürchte ich. Naja, vielleicht geht das. Vielleicht. Vielleicht geht das. Vielleicht geht das. Vielleicht geht das. Das passt an der Sache, ne? Das passt an der Sache, ne? Vielleicht ist es vielleicht nicht so. Vielleicht kommt da hin. Nee, nein. Das passt an der Sache, nein. Ja, das passt an der Sache. Wie sonst haben wir maldalena? Ah, fast. Das muss ein bisschen von ab. Das ist so gut. So geht's. Boah, schnappt der auch zu! Junge, so den letzten Wagen holen, den müssen wir auch noch leer machen, sonst schaffe ich das morgen früh nicht. Ehrgeiz ist vorhanden. Die haben anscheinend den Wagen noch voll gemacht, die sind doch da. Das ist ja nice! Es lohnt sich das wenigstens die ganze Bandbahn zu fahren, aber wie hoch steht er denn? Was denn jetzt? So, dran ist er, jetzt muss er nochmal wegkommen. So. 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 Das habe ich hier völlig falsch gesehen, noch einen Meter zurück, aber die Richtung passt. Ah, jetzt passt die Rechnung doch nicht, oder? Den Arsch auch ein bisschen rumkriegen. Das meint ihr, passt das? Was geht? Scheiß drauf. Das war's. Vielen Dank. Ah, stopp, wenn euch das Video gefallen hat, gehen den Däumchen wehren Träumchen ein Abo, da würden wir uns beide, auch wenn jetzt gar nicht da ist, mega drüber freuen und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn ich bis dahin dieses geschnitten habe, sonst geht es nicht weiter. Dankeschön, reinhauen. Wir sehen! Mein Fahrrad. Wenn ich in den Bewegungsmelder reinlaufen, dann gehe ich auch mal nicht. Hallo! Jetzt. Komm, geh an. Ich musste den Rest von dem Kipper übrigens eben abkippen. Das wollte nicht durch den Kornauslauf laufen. Und da ist so viel Sand drin. Da ist der Hümpel. Scheiße, ey. Da ist der Hümpel. Ja, ey. Da ist der Hümpel. Ja, ey. Da ist der Hümpel. Da ist der Hümpel. Na Hümpel. Da ist der Hümpel. Vielen Dank.